Hola y bienvenidos al ShishaCast Episodio treinta y dos. Moi Meisters, moi Meisterin, Grüße von Alex und mir. Wir sind gestern Abend wieder gelandet und heute direkt in der Aufnahme von der nächsten Episode ShishaCast. Und für alle, die des Spanischen nicht mächtig sind, es ist die Episode 23. Alex? 32. Knapp vorbei, aber 23. Ja, da war ein kleiner Dreher drin, das ist nicht so schlimm, weil man sagt das ja auf anderen Sprachen dann andersrum. Eigentlich nicht. Doch, doch. Auf Spanisch sagst du ja auch 30 und 2. Ja, aber auf Deutsch sagst du 2 und 30 und ich war aber gerade bei 30 und 2. Also das ist einfach sehr, sehr verwirrend. Alex, Grüße. Auch von mir einen wunderschönen guten Tag. Wie geht es Ihnen? Mir geht es gut. Also ich bin noch ein bisschen angeschlagen. Ich habe natürlich, wie bei jedem Spanienaufenthalt, musste ich natürlich erkältet sein. Man kennt es nicht anders. Aber ja, geht soweit. Und bei mir geht es ja übermorgen direkt weiter in Urlaub. Ich glaube, deswegen haben wir gesagt, wir müssen eigentlich direkt, wenn wir wieder kommen, den nächsten Shisha-Cast aufnehmen. Und jetzt sitzt man hier. Das ist richtig. Und da kann ich noch eine kleine Anekdote dazu erzählen, weil ich war ein kleiner Dummkopf. Warum auch immer, habe ich konsequent gedacht, wir fliegen montags zurück. Dann dachte ich so, okay, dann kann ich dienstags chillen, abends vielleicht noch streamen und dann können wir am Mittwoch den Shisha-Cast aufnehmen. Und dann sitzen wir literally in Spanien und ich finde heraus, dass wir dienstags zurückfliegen. Das ist halt nicht so gut. Und dann ist mir aufgefallen, dass wir Dienstagnacht um, wann sind wir gelandet? 22.20 Uhr oder so? Irgend so was, ja. 22.30 Uhr. Auf jeden Fall waren wir irgendwie um kurz nach elf schon zu Hause. Ging echt fix. Wir sind ja nur Handgepäck geflogen. Das heißt, da war dann auch nichts mit Gepäckband anstehen und all so ein Kram. Das ging dann relativ schnell. Ja, aber trotzdem hieß das halt, heute Morgen aufstehen, Gym, schnell duschen, schnell ins Büro fahren, alles ready machen. Alex kommt vorbei, Shisha-Cast-Episode aufnehmen. Ja. Weil wir müssten auch heute oder morgen aufnehmen, ne? Ja, wie gesagt, ich bin ja ab übermorgen weg, habe ich ja gerade schon. Wo bist du denn? Ja, für mich und meine Freunde geht es eine Woche lang in die Türkei. Einfach nur ein schönes Hotel, eine Woche lang am Strand liegen und einfach nichts tun. Da freue ich mich extrem drauf. Von der Workcation in die Vacation. So sieht es aus, ja. Der Alex weiß auf jeden Fall, wie der Hase läuft. Das merkt man schon. Ja, wir wollen heute ein bisschen mit euch über Spanien reden, weil das hatte ja auch einen guten Grund, dass wir nach Spanien geflogen sind. Ihr habt es bestimmt in den Storys gesehen und so. Boah, ich weiß gar nicht. Oder im Video. Ja, genau. Genau, das wollte ich nämlich auch gerade sagen, weil wenn der Cast am Freitag kommt, könnte eventuell vorher schon das Video erschienen sein. Ansonsten, falls mein Spanien-Vlog noch nicht raus ist, dann wird er relativ knapp danach kommen, mit Sicherheit. Ich wollte eigentlich im Flieger noch schneiden, aber als Zwei-Meter-Riese war das leider etwas zu eng. Also ich hätte für alle, die den Videocast sozusagen gucken, ich hätte so arbeiten müssen und das über drei Stunden wäre auf jeden Fall nicht abgegangen. Aber treibst du schon ein bisschen, würde ich sagen. Wir hatten ja wenigstens Glück beim Rückflug, dass wir nicht nebeneinander saßen. Das war ja... Gott sei Dank. Ey, die Leute... Stimmt, wir fangen gerade am Ende an. Ja, genau. Wir sollten am Anfang beginnen. Aber bevor wir mit Spanien beginnen, vielleicht noch für alle dazu. Diese Episode wird gesponsert von Ocean. Tada! Und zwar haben wir beide hier die Ocean Fusion Air am Start. Eine Pfeife im Set für unter 100 Euro. Ja, finden die beide extrem geil. Die Riese 99 Euro. 99 Euro. Und ja, sind extrem begeistert von der Pfeife. Deswegen haben wir gedacht, bietet sich das doch perfekt an für ein Shisha-Cast-Placement. Vielleicht erstmal zur Pfeife an sich. Ist eine Edelstahl-Pfeife. Gibt es in drei Colorways. Ihr seht jetzt bei mir den Colorway Black. Bei Marv gibt es den Golden Colorway. Ist eine Einschlauch-Pfeife, eine Steckpfeife. Mit einem relativ einfachen Blurhof. Ich finde ein sehr, sehr schönes Design dafür. Gerade für den Preis. Und raufhalten, muss ich sagen. Finde ich super angenehm. Also ich kann da eigentlich nicht wirklich meckern. Und ja, Komplettset mit hier einem schönen Kombimundstück aus Edelstahl und Kleid. Ebenfalls das Fusion-Glasmundstück. Fusion-Twisted, um genau zu sein. Und allein das Glasmundstück kostet bei Ocean übrigens, wenn man es einzeln kauft, schon 30 Euro. Kurze Geschichte von meiner Seite aus zu der Pfeife. Management hat gefragt, hey, Ocean bringt eine neue Pfeife. Hättest du vor, dazu einen Stream zu machen? Könntest du die auspacken? Könntest du die zeigen? Und ich so, ja, schick mir gerne mal Bilder. Ich gucke die mir mal an. Und ich fand die von der Optik her schon extrem schön. Es ist eine sehr simple Pfeife. Aber durch die Farben, die es dann gibt. Also es gibt Gold, Schwarz und normal Silber. Also normaler Edelstahl. Genau, Stainless Steel. Ist übrigens auch alles V2A Edelstahl. Und fand die schön und hab gesagt, ja, können wir gerne machen. Dann kam ein riesen Paket von Ocean. Also ich hatte alle drei Colorways. Drei Standard Bowls. Naja, zwei Standard Bowls. Eine Standard Bowl mit Cuts. Die kostet ein Zehner mehr. Und noch genau die Bowl, die ihr jetzt seht, falls ihr das Video vom Shisha-Cast guckt. Boah, ich weiß gerade gar nicht mehr genau, wie sie heißt. Ich glaube, Dradi Million Cut Azur. Türkis oder Azur? Türkis? Oh, ich glaube, Türkis. Ich glaube, auch Türkis ist der Colorway. Auf jeden Fall. Alex, ich glaube, das ist meine neue Lieblings-Cesavool, ne? Ja, ich finde die Farbe halt wunderschön. Ich habe eine... Auch die Form. Ja, die Farbe erst... Wenn ich jetzt die normale Million Cut sehe, denke ich mir so, was ist das? Einfach so Dreieck. Okay, das war gerade der Most-Azzy-Satz, den ich jemals gesagt habe. Aber weißt du, also wenn ich jetzt diese Form hier sehe mit diesen geschwungenen Linien, mit diesem geschwungenen, auslaufenden Design, da wirkt die Million Cut für mich jetzt fast langweilig dagegen. Also das ist, glaube ich, wirklich meine neue Lieblings-Cesavool von allen. Also nicht nur die von Ocean-Design-Cesavool, sondern ich glaube, overall, ich finde diese Bowl unglaublich schön. Ja, wie gesagt, allgemein den Colorway finde ich wunderschön, weil ich habe die Half-Ross Down in dem Colorway. Benutze ich unglaublich gerne, auch wenn sie manchmal nicht perfekt zur Pfeife passt. Aber ich finde einfach die Farbe wunderschön, muss ich sagen. Ja, die Farbe ist auch wirklich ein Traum. Das sieht aus wie das perfekte Poolwasser. Ja. Nur hoffentlich ohne Chlor. Ja, und auf jeden Fall kam dann das Ocean-Paket an. Wir haben das im Stream ausgepackt und ich fand, also ich bin absolut begeistert von der Pfeife. Ich bin mir absolut begeistert von der Pfeife. Für 99 Euro ist das, ich glaube, das ist, also mir fällt auch nichts anderes ein, was sich im unter 100 Euro Bereich, ich meine, sie ist genau an der Grenze, das sind genau 100 Euro, beziehungsweise 99 Euro, was sich da anderes jetzt empfehlen soll. Vor allem halt im Set, das kommt ja noch dazu. Also ist da nicht nur der Stem. Das Schlauch und das Mundstück dabei, also das ist wirklich krank. Vor allem, es gibt ja, glaube ich, sogar noch Sets mit Caesar-Balls, die halt bei 260 Euro anfangen, aber selbst das finde ich noch voll im Rahmen. Ja. Also ich finde, die Pfeife ist ein kranker Deal, deswegen, wir haben tatsächlich von unserer Seite aus gefragt, ob Ocean Bock auf ein Placement im Shisha-Cast hatte, hätte, weil ich wollte die sowieso rauchen, ich habe meine schon sauber gemacht und hingestellt und dann haben wir Ocean angerufen, da auch einen Kuss an Ocean, dass sie dabei sind, weil ihr wisst ja, wir haben ja jetzt den Basti, der den Cast produziert und der Basti kostet natürlich auch ein bisschen Geld. Das Geld würden wir natürlich gerne wieder reinholen, damit wir nicht auf den Kosten von unserem Hobby Shisha-Cast sitzen bleiben. Genau. Deswegen sehr, sehr cool, Kuss an Ocean, sehr geile Pfeife und Alex, haben wir da nicht noch was in petto? Natürlich auch noch was in petto und zwar gibt es mal wieder den Code Shisha-Cast, den ihr bei Ocean einlösen könnt und da kriegt ihr beim Kauf nochmal einen schönen Glaseinsatz hier, du hast da noch die, hast du hier noch Farben dabei? Genau, hier sind die Farben, also normal ist bei dem Set ja ein weißes, also ein Clear-Glas-Einsatz dabei, den wir jetzt gerade auch benutzen und es gibt diesen Glaseinsatz aber auch noch in Gold und in Schwarz. Das heißt, man könnte jetzt hier einfach den weißen Glaseinsatz rausnehmen aus dem Mundstück, unten ist halt so ein Edelstahl-Griffstück, für alle, die es nur hören, um das nochmal zu erklären und dann kann man oben den Glaseinsatz einmal in Gold switchen. Nicht nur, dass das natürlich nochmal eine andere Optik mit sich bringt, aber es ist halt auch ein Glasmundstück und ich weiß, dass ich ein kleiner Dummkopf bin, wenn es um Glasmundstücke geht. Von daher ist das sehr, sehr gut, da noch kostenlos einen Ersatz-Glas-Einsatz dabei zu haben, weil ich hatte dieses Mundstück schon mal und ich habe es extrem gefeiert, nur leider hat sich da mein Papa draufgesetzt. Ja, das Problem kenne ich irgendwoher, weil ich hatte ja auch mal irgendwie fünf Glasmundstücke, die habe ich alle innerhalb kürzester Zeit kaputt gemacht und ich finde die auch wunderschön und würde die auch gerne benutzen, aber ich weiß halt, dass die echt nicht lange überleben würden bei mir. Das ist echt ein Problem. Also, long story short, passt auf mit Glasmundstücken, weil Glas ist deutlich zerbrechlicher als Edelstahl oder Carbon. Sieht dafür aber auch sehr, sehr schön aus. Das stimmt, ja. Genau, und wir haben uns beide die Pfeife geschnappt. Bei mir, wie gesagt, auf der Tradi Million Cut Türkis, bei mir, Alex, auf der Million Cut Black. Was hast du denn für den Kopf geschnappt und was hast du dir gebaut? Genau, ich habe mir den Wurstgerümpster Ubi Waschka geschnappt und da habe ich einen Mix aus Traumminze von Fuck Your Life zusammen mit etwas Exotic Fruit von Nush und einem Hauch Plurry von Must Have. Schmeckt auf jeden Fall sehr, sehr gut. Klingt auch sehr, sehr geil. Ich habe mir, und damit können wir schon, oh Gott, der ist auch wirklich schwer auf der Ocean Bowl. Ich muss das kurz runterholen, damit ihr das besser sehen könnt. Ich habe mir auf der Messe in Spanien einen DMNT, wie die Spanier sagen, also eigentlich einfach DMNT, halt spanisch buchstabiert sozusagen, Kopf geholt. Darauf ist der Onmo und ich habe mir nicht nur diesen Kopf geholt auf der Messe in Spanien, ich habe mir auch noch die spanischen Flavor von SK geholt. Und zwar gibt es in Spanien ein paar Flavor, die wir in Deutschland gar nicht so haben. Ich gucke gerade nochmal, ob ich die Seite nochmal schnell finde. Also der, den ich mir gebaut habe, ist auf jeden Fall der Kaffee und Marshmallow. Der heißt in Spanien, so jetzt habe ich mir genug Zeit gekauft, hier ist es, Mafia Madness. Das ist ein Mocha und Malvavisco, das heißt wohl Marshmallow. Es gibt aber noch andere Sorten in Spanien. Es gibt zum Beispiel noch Erdbeere Marshmallow. Es gibt Capo di Capi, also der Erdbeere Marshmallow heißt übrigens Bloodbath. Capo di Capi ist Cola und Vanille. Und Plato Oblomo und Guilty Gang kennen wir schon, aber es gibt auch noch Grasé Combo. Oh, jetzt muss ich gucken. Erdbeere, Frambuesa, habe ich keine Ahnung, was das ist. Helado ist Eis. Boah, also irgendwie Erdbeere, noch irgendeine andere Frucht als Eis und auch Marshmallow. Also es gibt drei Flavor mit Marshmallow. Ne, warte mal. Sabor a Melocoton. Boah, ach, das ist bestimmt, Melocoton ist bestimmt hier Zuckerwatte. Das kann sein, ja. Das ist bestimmt Zuckerwatte. Okay, also sind es zwei mit Marshmallow. Also, long story short, in Spanien gibt es auf jeden Fall ein paar Flavor von Shisha-Kartell, die wir in Deutschland nicht kennen und nicht haben. Und einen davon habe ich mir eben geschnappt. Und das ist bei mir der Eiskaffee mit Marshmallow. Dazu habe ich noch ein bisschen Blurry gemacht. Und es gab noch was Neues zu sehen auf der Messe in Spanien. Und zwar hat Huka-In jetzt eine Kooperation mit Hooker Squeeze. Und das heißt, Hooker Squeeze hat eine Paste von einem bestehenden Hooker-In-Tabak gemacht, und zwar dem White Cake. Und das ist eine der wenigen cremigen Sorten, die ich tatsächlich mag. Ihr wisst ja, ich rauche sehr wenig cremig. Aber die Sorte mag ich tatsächlich sehr gerne. Und den habe ich mir da noch mit draufgepackt. Und? Ist tatsächlich ganz gut. Also, bei der Kombi White Cake und Eiskaffee Marshmallow habe ich mir schon gedacht, dass das passt. Dann hast du gesagt, weil ich gesagt habe, ich will noch ein bisschen Dark Blend dazu. Und hat Alex gesagt, mach noch ein bisschen Blurry dabei. Und dann war ich so, oh, Blurry? Also, wenn ich mir jetzt, weißt du, wenn ich jetzt sage, so Zitronenkuchen mit Marshmallow und Kaffee, ja, klingt geil. Und dann noch Rom-Bere. Ich weiß ja nicht. Aber ist tatsächlich gut. Schmeckt lecker. Das freut mich. Aber nochmal ganz kurz, bevor wir mit Spanien rein... Rheinspanien. Rheinspanien. Nochmal ganz kurz zu Ocean. Und zwar haben wir ja extra nochmal, weil wir beide eine Ex-Dusif-Bowl hier hingepackt haben, nochmal eine Standard-Bowl hier hin, dass ihr das nochmal seht. Genau. Für die, die das Video gucken, nochmal zeigen. Das wäre jetzt die mit Cuts. Die schwarze mit Cuts. Die Ocean kommt aber mit verschiedenen Optionen. Das heißt, es gibt eine Clear-Bowl. Es gibt eine schwarze Bowl für 99 Euro. Und es gibt die schwarze nochmal mit den Cuts. Und alle haben unten auch nochmal so ein kleines Ocean-Logo reingraviert. Für eine Standard-Bowl absolut in Ordnung. Ja. Also wenn du es richtig krachen lassen willst, dann nimmst du eine Cäsar-Bowl. Aber auf der anderen Seite machen die Standard-Bowls da auch schon einiges her. Wir haben auch ein teilbares Tauchrohr bei der Pfeife, weil die Standard-Bowls sind ein bisschen kürzer als normale Bowls. Und dann musst du genau dieses kleine Stück, was man bei der Rauchsäule, Entschuldigung, beim Tauchrohr teilen kann, eben rausnehmen. Und dann funktioniert das aber auch. Wunderbar. Und das Ganze noch zu ergänzen, ihr habt auch noch einen Diffusor mit am Start. Also könnt ihr auch mit Diffusor rauchen. Der abnehmbar ist, beziehungsweise umdrehbar ist. Ich habe den jetzt zum Beispiel aus. Weiß nicht, hast du den an oder aus? Ich glaube, bei mir ist der sogar an. Ah ja, wird. Also ich habe ihn aus, weil ich mag einfach, wie die Pfeife blubbert. Ich finde, die hat einen sehr... Die hat einen geilen Durchzug, aber die hat einen etwas ruppigen Durchzug. Also du merkst, wie das Wasser arbeitet in der Bowl. Das finde ich aber geil. Ich finde das zum Beispiel, also ich würde da jetzt mal als Vergleich die Honey-Style so ein bisschen ranziehen. Honey-Style finde ich immer ein Ticken krasser. Aber es geht so in die Richtung von diesem, du merkst, dass du ziehst. Ja, ich finde es auf jeden Fall geil. Also ich finde das Rauchverhalten Hammer. Ich finde die Optik geil von der Pfeife. Verarbeitung ist für den Preis absolut in Ordnung. Und das Set für 99 Euro ist halt wirklich geschenkt. Also wie gesagt, ich glaube, ich habe keine andere Empfehlung unter 100 Euro. Also ich habe schon andere Empfehlungen unter 100 Euro. Aber nichts, was an die rankommt, sondern nur Sachen, die halt dann noch deutlich günstiger sind. So eine Aladin oder sowas. Klar, die ist natürlich teilweise nochmal 50 Euro günstiger und das ist natürlich auch unschlagbar. Aber was du bei Ocean für die 99 Euro bekommst, ist wirklich krank. Ja, vor allem da ist nochmal ein Unterschied zwischen Schraub und Steckpfeife. Das kommt auch noch dazu. Und gerade bei einer Steckpfeife finde ich es halt geil, dass du halt die Bowls tauschen kannst. Das ist ja, seht ihr hier, wir haben uns die geholt. Es gibt die Standard Bowl, aber ihr könnt halt auch eine Exklusiv-Bowl drunter packen. Direkt einen anderen Look. Extrem nice. So, jetzt würde ich aber sagen, starten wir mal rein in den Spanien-Trip. Und da würde ich vielleicht sogar zwei, drei Wochen vorher anfangen. Weil die Organisation war auf jeden Fall eine sehr harte Aufgabe. Marvin war auch wirklich... Ich werde zwischendrin kurz davor zu sagen, scheiß drauf. Ich scheiß einfach drauf, ich kann keinen Bock mehr. Ja, Marvin war sehr strapaziert, sagen wir es mal. Also es war sogar der Zeitpunkt irgendwann, wo ich gesagt habe, Marvin, bist du eigentlich irgendwie sauer oder so? Weil so von der Schreibweise oder allgemein war halt... Man hat gemerkt, dass du ein bisschen genervt warst. Ein bisschen. Ja. Aber warum eigentlich das Ganze? Ihr müsst euch vorstellen, wir haben sogar... Ja, Spanien steht auf jeden Fall. Der Johannes hat es schon so ein bisschen angeteasert auf der Messe in Frankfurt, dass wir da auf jeden Fall was starten können. Und wir haben gedacht, wir verbinden das vielleicht noch mit ein, zwei anderen Jungs, dass sie vielleicht davor oder danach noch ein, zwei Tage mehr dranhängen. So ein bisschen als Urlaub. Urlaub. Was dann zu fünf, sechs Jungs wurde. Ja. Von denen aber drei, vier Jungs nicht mehr wollten oder konnten oder ach. Also am Anfang dachte ich mir, boah, das wäre doch cool, wenn man irgendwie eine Woche davor oder eine Woche danach noch ein bisschen Spanien Urlaub machen würde. Also eigentlich war mein Plan, irgendwie so zehn Tage zu bleiben. Drei Tage sind Messe, sieben Tage sind Urlaub. Wenn man schon mal rüberfliegt, dachte ich mir, kann man auch gerade ein paar Tage bleiben. Dann habe ich zwei Jungs aus der SWG-Community gefragt, die auch Bock hatten, wo es dann aber leider zeitlich nicht aufgegangen ist. Dann habe ich gefragt, wie sieht es denn danach aus? Danach ging aber auch nicht, weil da jemand schon Festivalkarten hatte. Und deswegen hat sich das leider dann alles überschlagen. Dann kamen irgendwann noch Ali und Jannik und meinten, hey, habt ihr nicht Lust, noch ein paar Tage länger zu bleiben? Dann haben wir gesagt, ja, haben wir, definitiv. Und dann kam die Antwort, ja, wir haben Flüge gebucht. Und dann waren Alex und ich so, ja, what the fuck. Ich dachte, wir machen da jetzt was zusammen und jetzt erzählt ihr, ihr habt Flüge gebucht. Das war von den Jungs aber nicht böse gemeint. Die dachten, wir buchen die Flüge sowieso einfach getrennt. Wurde aber einfach nicht kommuniziert. Es war wirklich einfach ein Vorzeigeplan, wie Kommunikation nicht sein sollte, von allen Seiten aus. Weil hätten die Jungs gesagt, wir buchen dann und dann Flüge, dann hätten wir Bescheid gewusst. So haben wir uns aber auf die Füße getreten gefühlt und haben dann gesagt, ja, wir haben scheiß drauf, dann buchen wir jetzt einfach Flüge. Und dann haben wir das auch gemacht. Und dann waren Ali und Jannik so, yo, what the fuck. Ich dachte, wir bleiben noch zusammen. Also es war wirklich ein komplettes Chaos. Aber irgendwann waren dann die Flüge gebucht. Dann sind noch Sandro und der Max von Hooker Squeeze, also Sandro, Swizzy und der Max von Hooker Squeeze auch noch auf uns zukommen. Meint so, yo, wollen wir nicht ein Airbnb zusammen nehmen? Wir wären auch dabei. Haben wir gesagt, ja klar, können wir machen. Und genau so haben wir das dann auch gemacht. Das heißt, Alex und ich haben die Flüge ausgesucht und die Jungs haben sich selbst um ihre Flüge gekümmert. Und wir haben uns dann zusammen noch ein Airbnb gesucht. Eigentlich war der Plan, dass wir ein bisschen außerhalb einfach eine Villa nehmen mit einem Pool Outdoor, weil es in Spanien ja doch ein kleines bisschen warm ist. Ja, vor allem die Woche, bevor wir geflogen sind, waren es ja 45, 47 Grad teilweise, was dann schon echt hart war. Ja. Als wir da waren, war es zum Glück ein bisschen angenehmer, aber trotzdem auf jeden Fall Poolwetter, müssen wir dazu sagen. Natürlich jeder Tag in Spanien war Poolwetter. Hat dann leider auch nicht so geklappt, wie wir wollten, weil wir hatten zwei, drei Kuhle rausgesucht, wollten dann buchen. Dann waren irgendwie alle doch weg. Doch weg oder Renovierung oder sonst irgendwas. Auf jeden Fall haben wir keine kleine Finca mit Pool gefunden und haben dann gesagt, ja komm scheiß drauf, dann mitten rein ins Geschehen. Wenn wir schon kein Pool haben, dann wenigstens City Center. Und dann haben wir uns mitten in Sevilla ein Airbnb genommen. Hatten auch tatsächlich vier Schlafzimmer, das heißt jeder hatte sein eigenes Zimmer. Und das war schon sehr, sehr nice. Und im Nachhinein war es extrem geil, weil wir jeden Morgen direkt mitten in der Stadt waren, da rumlaufen konnten. Frühstücken gehen konnten, Mittagessen, shoppen, bisschen Sightseeing und so. Das war schon wirklich extrem nice. Vor allem das Beste war ja, wir sind aus dem Airbnb rausgekommen, direkt gegenüber von uns war eine Estanko. Und zwar eine extrem geile Estanko. Die Beste, die wir bei uns in der Nähe gefunden haben. Ja, wir überschlagen uns schon wieder. So, der Plan stand, die Messe stand bevor und wir sind geflogen. Donnerstag früh um 4.50 Uhr. 4.50 Uhr ging unser Flieger und das heißt, dass wir um 2.45 Uhr zum Flughafen gefahren sind. Du hast dich nochmal eine Stunde hingelegt, weil du früh wach warst? Ich war früh wach, deswegen habe ich gesagt, ich muss mich auf jeden Fall mal hinlegen. Das hat mehr oder weniger geklappt, weil Schlafrhythmus hat das Ganze nicht so ganz zugelassen. Ich habe, glaube ich, effektiv eineinhalb, zwei Stunden gepennt und bin dann auch irgendwie ein bisschen früher aufgestanden, um noch zu packen. Ja, du hast ja durchgemacht. Ich habe mir von Anfang an gedacht, also ihr müsst wissen, mein Schlafrhythmus ist so zwischen zwei und drei schlafen gehen und dann so zwischen neun und zehn aufstehen. Und dann dachte ich mir schon, joa, also viel früher als eins hätte ich auf gar keinen Fall geschafft zu schlafen und mit Duschen noch und so hätte ich dann also um zwei aufstehen müssen. Und die eine Stunde habe ich mir gedacht, kann ich mir auch einfach schenken. Also habe ich bewusst extrem lange geschlafen am Mittwoch und habe dann einfach durchgemacht. Und das hat doch eigentlich gut geklappt. Ich glaube, du hattest so einen Downer gehabt zwischendrin und dann war es ja eigentlich relativ easy. Ja, also einmal im Flieger so ein bisschen, nö, aber das war egal, genau. Ja, und dann sind wir gelandet in Jerez. Also erstmals im Flug, wir beide nebeneinander. Ja, ich wollte das einfach nicht nochmal durchleben. Ich wollte das jetzt einfach verdrängen. Ja, also wir gucken beide auf unsere Tickets und sehen so, ah, shit, zwei Sitzplätze nebeneinander. Wir haben natürlich gehofft, dass vielleicht ein Sitzplatz frei bleibt, aber war leider nicht so. Das heißt, wir beide hatten drei Stunden Kuscheln. Ja, extrem Kuscheln hatten wir. Ja, also Alex ist ja nicht gerade schmal gebaut. Ich bin weder klein noch schmal gebaut und wir beide in kleinen schmalen Flugzeugsitzen nebeneinander ist auf jeden Fall keine gute Kombination. Wir hatten noch die Hoffnung, also ich hatte den Fensterplatz, Alex den Mittelplatz. Wir hatten noch kurz die Hoffnung, dass der eine Platz frei bleibt, aber schon beim Einsteigen saß da jemand und dann war klar, dass meine rechte Schulter und Alex seine linke Schulter jetzt allerbeste Freunde der ganzen Welt sind und nicht mehr voneinander ablassen können. Ja. Und so sind wir dann geflogen. Das war nicht so gut. Also wirklich nichts gegen dich, Alex, aber ich möchte in einem Flieger nie wieder direkt neben dir sitzen. Geht mir genauso, auch wenn ich dich gern habe, aber muss nicht unbedingt sein. Muss wirklich nicht sein. Ja. Aber wir haben es überlebt und wir sind dann in Jerez gelandet, weil die Flüge Sevilla-Frankfurt waren extrem teuer. Also mit Fliegen nach Jerez statt nach Sevilla haben wir, glaube ich, pro Kopf 300 Euro gespart. Und da haben wir gedacht, nehmen wir die eine Stunde Fahrt auf jeden Fall in Kauf. Ja, safe, safe, safe. Also ganz sicher. Und genau das haben wir dann auch gemacht und dann sind wir in Jerez gelandet und freundlicherweise hat der Johannes von Hukain, der ist ja gut vernetzt in Südspanien, in Andalusien, hat dann einen von seinen Jungs, die er da kennt, beauftragt, dass er uns doch bitte vom Flughafen abholt und nach Sevilla fährt. Und genau das hat der liebe Chaime auch gemacht. Grüße gehen raus, auch wenn er das niemals hören wird, weil er kein Deutsch kann. Aber der hat uns dann abgeholt und wir waren vorher sehr, sehr schlaue Füchse. Wir waren sehr, sehr schlaue Füchse? Weißt du nicht, warum wir sehr, sehr schlaue Füchse waren? Nee. Weil wir den lieben Mosi von Mosi gefragt haben, ob er uns nicht vielleicht ein Shisha-Paket fertig machen würde und es zum Chaime schickt und genau das hat er auch getan. Das heißt, wir waren ausgestattet mit zwei Mosi Breeze und einer Noah und dieses Paket haben wir zum Chaime geschickt und als der Chaime uns vom Flughafen abgeholt hatte, hatte er unser komplettes Shisha-Paket schon im Kofferraum. Das heißt, wir waren perfekt ausgestattet von Sekunde eins. Sogar dieses Mal mit Schläuchten, Kohle und Kohle anzünder. Als wir das letzte Mal da waren, haben wir ja Schläuche vergessen und haben wir einen Gartenschlauch zerschneiden müssen. Sieht man alles übrigens im letzten Vlog von Spanien, wo wir zusammen da waren. Das Haus hätten wir eigentlich genauso wieder gebraucht. Ja, das war halt ein Chiclana. Das hätte halt nicht gepasst. Ich weiß nicht, ich glaube, ich wäre sogar jeden Tag eine Stunde gefahren. Für das Haus eigentlich schon. Das war schon echt geil. Und die Autobahnen in Spanien sind immer frei. Es ist ein supergeiles Feeling. Überleg mal, als wir das letzte Mal in Chiclana waren, waren wir auch theoretisch dreimal in Sevilla. Stimmt auch. Einmal Flughafen nach Chiclana, einmal ein Daytrip und nochmal ein Daytrip. Also da sind wir genauso viel gefahren. Also ja, aber das andere Haus war auch extrem teuer. Das war auch extrem geil und wir waren ja mehr Leute, von daher hat das gepasst. Aber für so vier Leute wäre das wahrscheinlich ein bisschen too much gewesen. Aber es wäre auch geil gewesen. Naja, auf jeden Fall sind wir angekommen in unserem Airbnb, haben schnell die Übergabe gemacht. Ne, warte, wir waren noch schnell frühstücken. Stimmt, wir sind erstmal... Wir haben noch den TIA getroffen, beziehungsweise ist der TIA komplett mit uns geflogen. Also der TIA war praktisch von Anfang an bei uns dabei, weil der denselben Flieger hatte. Der ist mit dem ICE nach Frankfurt gekommen und saß dann bei uns im Flieger. Dann ist der auch bei uns mitgefahren und dann waren wir noch zusammen frühstücken. Und dann sind wir in unser Airbnb, haben da unser Shisha-Paket quer durch die Innenstadt in Sevilla getragen, weil wir in der Fußgängerzone gewohnt haben. Und dann waren wir da und dann sind wir ins Airbnb. Ja, also es war wirklich direkt in der Innenstadt. Die Frau hat sogar dafür gesorgt, dass wir noch netterweise früher einchecken durften. Weil eigentlich Check-in wäre glaube ich 15 Uhr gewesen. Wir konnten schon um 12 oder sowas einchecken, das hat perfekt gepasst. Und ja, dann hieß es eigentlich Shisha-Paket auspacken, Pfeifen ready machen. Und dann haben wir uns erstmal nach draußen gesetzt. Und da ging es eigentlich schon los mit der Hitze in Sevilla, wo Marf auch erstmal den Gartenschlauch geschnappt hat und sich alle 10 Minuten ein bisschen Wasser im Kopf gespült hat. Ich habe in kurzer Hose da gesessen und habe alle 10 Minuten einmal mit Full Power den Gartenschlauch auf mich geballert, weil das war wirklich, wir hatten so einen kleinen Innenhof, wo vier Wände drumherum waren. Also wir waren praktisch in so einem Topf von Innenhof und da hat sich natürlich die Hitze gestaut wie bekloppt. Ging halt kein Lüftchen. Und trotz, dass wir im Schatten saßen, war das wirklich so geisteskrank warm, dass wir uns, also nicht wir uns, sondern ich mich da immer wieder mal mit kalbem Wasser gelöscht habe. Aber ansonsten bin ich elendig verbrannt. Ja, das glaube ich dir. Ich dachte Alex. Achso, okay. Genau, und dann kam später noch der Sandro, dann haben wir eine Pfeife geraucht und dann ist Tia los zu seinem Airbnb. Der war nämlich mit dem Onur von Onmo in einem Airbnb, weil er den Jungs ein bisschen am Stand geholfen hat. Also Onmo und Mose hatten einen Stand zusammen und da der Tia ja jahrelang in Spanien gelebt hat, kann er natürlich auch perfekt Spanisch sprechen. Sprechen? Sprechen. Auf Malle. Oh, dafür wirst du gesteinigt. Auf jeden Fall kann der Tia halt perfekt Spanisch und natürlich auch perfekt Deutsch. Und das ist natürlich eine Kombi, die für die Messe in Spanien hervorragend ist. Und genau deswegen hat der Tia da gearbeitet. Dann waren wir aber alle so ein bisschen platt und dann haben wir nochmal eine kleine Siesta gemacht. Ja, Marvin und ich haben uns beide auf die Couch gelegt und sind da eigentlich auch sehr, sehr schnell eingepennt, bis irgendwann die Klingel ging, bis irgendwann Sandro vor der Tür stand. Ja, dann stand Sandro vor der Tür, dann haben wir aufgemacht und dann sind wir langsam wieder ins Leben gestartet. Und als Alex und ich das letzte Mal in Spanien waren, mit Team Hukain waren wir ja da. Und da hatte Hukain einmal so einen Tag so eine Shisha-Party organisiert, wo auch ein paar spanische Blogger da waren. Und da war auch der Gonzalo dabei. Der Gonzalito. Gonzalito. Und der Gonzalito ist ein sehr lieber Junge, der direkt in Sevilla wohnt und der hat halt gesehen, dass wir da sind, hat so gesagt, ey, was geht, was macht ihr, kann man vorbeikommen, was geht so bei euch? Und wir so, ja klar, komm rum, können wir Pfeife rauchen, können wir quatschen, easy, komm vorbei. Und dann ist er auch vorbeigekommen und das wussten wir zwar zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber Gonzalo war einfach unser perfekter Spanien-Guide. Der hat einfach jeden Tag mit uns gechillt, die ganze Zeit hat uns durch die Gegend gefahren. Also er wollte ja dann auch dahin, wo wir hin sind, aber er hat uns dann immer mitgenommen. Und trotzdem netterweise hat er uns überall mit hingenommen, was trotzdem nicht selbstverständlich ist. Ja, absolut nicht selbstverständlich, aber er ist auch einfach ein lieber Kerl. Und ja, dann haben wir mit dem Pfeife geraucht und was haben wir am ersten Abend gemacht? Wir sind noch essen gegangen, ne? Und Pfeife rauchen gegangen. Genau, am ersten Abend sind wir noch essen gegangen. War das schon der erste Abend im Duke? Nee. Oder? Ich weiß es nicht. Nee, den ersten Abend war das Restaurant, was uns der Gonzalo empfohlen hat, wo er früher immer mit seiner Family essen war. Genau. Ja. Aber waren wir zuerst im... Also an dem Abend war nämlich noch in der Boho-Lounge eine Shisha-Bar, die man noch absolut empfehlen kann, eine der besseren Shisha-Bars in Sevilla. Haben auch ein bisschen Dark Blend, Funnel, HMD und all so Sachen. Und da war nämlich so ein spanisches Blogger-Event. Wir haben es anders gemacht. Wir sind zuerst zur Messe gefahren. Ach stimmt. Wir waren ja noch auf der Messe. Ja, wir haben gedacht, die Leute bauen bestimmt noch auf. Aber vielleicht kommen wir da irgendwie rein, können uns noch Karten holen. Deswegen haben wir gesagt, fahren wir einfach mal Richtung Messe und gucken mal, wie der aktuelle Stand da ist. Ja. Und das haben wir auch gemacht. Genau. Aber Messe war halt noch nicht so viel zu sehen. Es waren alle mit dem Aufbau beschäftigt. Und deswegen war das für uns eher uninteressant, sag ich mal. Es war natürlich cool, schon mal die Gegebenheiten zu sehen. Wir wussten schon mal, wo was ist, wo wir langen müssen. Wir haben schon mal unsere Karten abgeholt, damit wir da am nächsten Tag, wenn die Messe dann wirklich losgeht, weniger Zeit für brauchen. Und haben uns das einfach einmal angeguckt. Und dann haben wir aber gesagt, gehen wir jetzt mal in die Boho rüber und rauchen deine Pfeife. Genau, weil die Boho halt auch direkt neben der Messe ist. Genau. Das ist der Fußweg von fünf Minuten maximal. Ja, fünf Minuten läufst du. Das ist praktisch eine Seitenstraße von der Messe. Also das ist absolut nicht weit. Genau. Ja. Und da sind wir dann hingegangen. Und dann haben wir da ein schönes Pfeifchen geraucht. Dann wurde es aber langsam sehr voll, sehr warm, sehr laut. Und dann haben wir gesagt, gehen wir lieber noch was essen. Hat uns der Gonzalo da ein Restaurant empfohlen. Und dann sind wir da hingefahren. Und dann haben wir da gegessen. Original spanische Hausmannskost. Und die Spanier sind sehr, sehr stolz auf ihr Iberico-Schwein. Also vor allem in Andalusien. Iberico ist das Non plus Ultra. Also was bei uns irgendwie das Rinderfilet ist, ist bei denen Iberico. Das ist eine besondere Schweineart, die auch auf eine besondere Art und Weise gefüttert wird. Und durch dieses besondere Futter dann natürlich auch einen besonderen Geschmack hat. Und das haben wir dann probiert. Das ist für einen Deutschen erstmal komisch, weil als das Stück Fleisch kam, sah das relativ ungebraten aus. Also es war auf keinen Fall roh. Aber ich sag mal, das war so ein medium to well done. Also wenn ich mir daheim Schwein mache in Deutschland. Ja, okay. Also es war nicht medium, medium, aber es war relativ nah an medium dran. Und es war auf keinen Fall well done. Und wenn du in Deutschland Schwein bekommst, dann ist das immer well done. Also ich habe noch nie Schwein gegessen, was nicht durchgekocht wurde. Genau wie Hähnchen eigentlich in Deutschland. Ja, genau wie Hähnchen. Und Schweine sind eigentlich immer komplett durch. Das Hähnchen ist aber zum Glück auch in Spanien durch. Ja, muss auch. Das wäre wirklich... Ja. Also es war auf jeden Fall erstmal komisch, aber es war alles gut. Also ich hatte keinerlei Probleme danach oder so. Es war alles wunderbar. Es hat auch lecker geschmeckt. Aber es war erstmal so, Gonzalo, die haben mein Schwein nicht richtig durchgebraten. Und Gonzalo war so, hey, warum ist doch perfekt? Und ich war so, okay. Aber ja, war dann lecker. War dann lecker. Und Alex und ich wurden zu den Postres Masters. Postre ist Nachtisch. Und Alex und ich waren die Nachtisch-Vernichtungsmaschinen. Ja, weil wenn wir schon mal in Spanien sind, wenn wir schon mal die Möglichkeit haben, da richtig zu essen, würde auch alles mitgenommen. Ich meine, wir hatten, glaube ich, jedes Mal, wenn wir essen waren, Vorspeise, Hauptgang und Nachspeise. Du hast mich einmal im Stich gelassen. Einmal habe ich im Stich gelassen, aber da konnte ich auch echt nicht mehr. Ja, ja, alles faule Ausreden hier. Ich kann dir auch genau erklären, warum. Auch wenn wir da gleich mal zukommen. Aber wenn Timose ihre Vorspeise nicht isst und wir dann auch aushelfen müssen, kann ich da auch nichts für. Na gut, okay. Schwach. Ich habe genauso Vorspeisen vernichtet. Naja, auf jeden Fall waren wir essen. Wir haben Nachtisch gefuttert und dann sind wir ins Airbnb gefahren und haben da noch einen schönen Kopf geraucht, weil wir auch alle platt waren. Wir hatten ja alle an dem Tag eine lange Anreise. Der Sandro ist mit dem Zug noch ewig gefahren, bis er beim Flughafen war. Hat er, glaube ich, noch mal Verspätung gehabt? Ja, hat er auch noch Verspätung gehabt. Wir haben beide, also ich habe gar nicht geschlafen, beziehungsweise das Yesta haben wir gemacht dann in Spanien. Du hast auch nicht viel geschlafen, also super wenig geschlafen. Und das heißt, wir waren dann natürlich relativ früh Game Over und sind dann ins Airbnb, Pfeife geraucht und dann sind wir schlafen gegangen. Yes. Aber dann war Freitag und Freitag war der erste Messetag. Genau. Und für alle, die das Ganze nicht so ganz mitbekommen haben, die Messe in Sevilla startet erst um 18 Uhr. Das heißt, wir konnten gemütlich ausschlafen, sind dann alle aufgestanden so langsam, haben dann erstmal gefrühstückt. Frühstück war bei uns komplettes Pflichtprogramm, weil, ähm, wie heißt der mal? Plä, äh, Con Ramon? Tostada Con Ramon. Nicht Entada. Tostadas Con Ramon und Churros mit Schokoladensauce. Ja. War supergeil. By the way, das ist übrigens mehr Schokoladensuppe. Ja. Also es ist so eine super dünne Schokoladensuppe, könnte man sagen. Also ich hab eigentlich zuerst gedacht, das ist Kaba, also wirklich, also wirklich Kakao. Es ist wie ein dicker Kakao eigentlich, ja. Wie eine Trinkschokolade. Genau. Eine sehr dicke Trinkschokolade. Aber für eine Soße, also wenn man so denkt, das wären so Churros mit Nutella drauf oder so, weit gefehlt. Das ist eher so ein dicker Trink, eine dicke Trinkschokolade, die man da bekommt. Also sehr, sehr flüssig für eine Soße für Churros. Nichtsdestotrotz sehr, sehr lecker. Ja, wir haben Frühstück immer sehr zelebriert. Aber ich muss auch sagen, ich bin ein sehr großer Fan von diesem spanischen Lifestyle. Bisschen länger schlafen, raussetzen in ein geiles Kaffee, so ein schönes Schinkenbrötchen. Das ist also, ein Tostada con jamón ist eigentlich nichts anderes als ein Schinkenbrötchen oder ein Schinkenbrot, je nachdem wo man ist. Mit Öl drauf. Ja, ja, aber Schinken ist ja noch nicht fettig genug. By the way, warst du mal auf der Waage? Heute? Nee, 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 nee. Ich war auf der Waage. Und? Ich hab nur, also nicht mal ein Kilo zugenommen. Ernsthaft? Ja. Und das bei jedem Morgen Schinkenbrötchen, viele Churros reingeballert mit Schokosoße und nicht nur das, sondern auch jedes Mal beim Essen komplett eskaliert und noch Nachtisch hinterher. Und kein Sport. Und kein Sport gemacht. Krass. Aber man muss sagen, wir sind natürlich sehr viel unterwegs gewesen. Das stimmt, ja. Wir sind morgens aufgestanden und sind durch die Stadt gelaufen. Dann haben wir uns irgendwo hingesetzt zum Essen, dann sind wir aber weitergelaufen. Also wir hatten schon deutlich mehr Bewegung. Ja. Weil hier zu Hause stehe ich auf, gehe zum Sport und dann sitze ich den ganzen Tag am Schreibtisch. Ja, stimmt schon. Und diese Grundbewegung, die du da schon hattest in Spanien, die hat anscheinend so viel ausgemacht, dass ich fast nichts zugenommen habe. Sehr gut. Ja, auf jeden Fall gut. Ja, was haben wir dann gemacht? Am Freitag war eigentlich nicht viel außer Frühstück. Nochmal Kopf rauchen zu Hause und dann sind wir langsam zur Messe. Genau, Max ist noch angekommen. Der kam erst freitags. Und dann sind wir los zur Messe. Genau, haben noch ein Köpfchen entspannt geraucht und dann ging es ab. Wir sind eine Stunde früher zur Messe, weil uns wurde am Donnerstag berichtet, dass letztes Mal 2019, glaube ich, um die 9000 Tickets verkauft wurden. Dieses Jahr mehr als 20.000. Und da haben wir erstmal geschluckt, weil wir haben das Gelände gesehen und das ist ein Drittel von Frankfurt. Ja. Also Frankfurt war ja dieses Jahr so groß wie noch nie. Aber die spanische Messe ist ungefähr ein Drittel von Frankfurt. Und da haben wir alle erstmal ein bisschen Schiss bekommen, wie voll das dann wird und haben gesagt, bevor wir dann im Geträngel irgendwie nicht mehr zu den Leuten kommen, wenigstens mal Hallo sagen können, versuchen wir eine Stunde früher da zu sein, um wenigstens das abzuhaken. Und dann sind wir hin und wir sind gestorben. Ja. Also wir sind da angekommen. Also das war wirklich das Dümmste, was man hätte machen können. Weil um 17, ihr müsst euch vorstellen, in Sevilla ist das nicht so, dass die Sonne mittags am stärksten ist. Also die Power von der Sonne ist schon mittags natürlich am stärksten, wenn sie im Zenit steht. Aber die heizt dann über den ganzen Tag alles da auf und es ist am wärmsten, kurz bevor die Sonne untergeht. Weil dann alles über den ganzen Tag aufgeheizt wurde und diese Hitze auch hält. Also der ganze Boden, alle Gebäude, alles wird aufgeheizt über den Tag und abends ist da eine Hitze. Es ist unglaublich. Also ich glaube, am ersten Messetag hatten wir 36, 37 Grad, aber auch die Hitze ist eine ganz andere als in Deutschland. Also wenn es in Deutschland mal 36 Grad sind, dann ist das in der Sonne richtig krank, aber im Schatten geht es wenigstens und in Sevilla heizt sich einfach alles geisteskrank auf. Und das war ein großer Fehler, um 17 Uhr zu gehen, weil die Sonne geht erst um 20, 21 Uhr unter. Und den Fehler haben wir zum Glück auch an den nächsten Tagen nicht gemacht. Da sind wir dann immer erst um 8 Uhr hin, aber am ersten Tag waren wir um 17 Uhr da. Und schon beim Laufen zum Messegelände, ich war durch. Mir ist alles, also ich habe noch nie in meinem Leben so geschwitzt. Ich kann in Deutschland eine Stunde laufen gehen und ich schwitze nicht so, wie ich da im Sitzen geschwitzt habe. Wir haben es wirklich echt nur geschafft, eine halbe Stunde auf der Messe da rumzulaufen bis um 17.30 Uhr. Und dann haben wir versucht, irgendwo ein Plätzchen zu finden, wo Schatten ist. Am besten noch irgendwo ein Ventilator läuft. Und was haben wir gemacht? Wir haben den Holsterstand gesehen, wo noch keine Menschenseele da war, aber es war schon halbwegs aufgebaut. Und die Ventilatoren waren da. Genau, es standen ein paar Stühle da und es waren Ventilatoren angebaut. Das heißt, wir haben uns erstmal eine halbe Stunde an den Holsterstand gesetzt und haben da erstmal ein bisschen Cooldown-Phase gehabt. Jeder ein bisschen was getrunken, bis dann wirklich die Messe losging. Haben dann nochmal ganz kurz am Eingang geguckt, wie voll es denn ist. Und da war schon einiges los auf jeden Fall. Weil viele gesagt haben, die Spanier kommen erst relativ spät, weil die sind schlau, die wissen, wie das ist mit der Hitze. Die wissen halt, wie das wäre, wenn man da um 17 Uhr schon ist, ja. Aber als ich geguckt habe, es war schon gut voll. Das heißt, wir sind dann nochmal ein bisschen rumgelaufen. Und dann ging es auch schon los. Und es war am Freitag, glaube ich, sogar mit am wenigsten los, würde ich sagen. Definitiv, definitiv. Am Freitag war es relativ leer, relativ entspannt. Obwohl die keinen B2B-Tag haben wie in Frankfurt, sondern das ist wirklich drei Tage B2C. Jeder kann kommen, wie er möchte. Ja. Generell muss man zur Spanien-Messe sagen, das ist eh mehr wie ein großes Shisha-Treffen. Also es geht nicht so drum... Ich hatte so eine Umfrage gemacht auf Insta, so was wollt ihr wissen über die Messe in Spanien? Und eine der Fragen, die ich am häufigsten bekommen habe, war, wie sind die Angebote in Spanien? Wie sind die Preise in Spanien auf der Messe? Die sind basically ganz normal. Also es gibt hier und da mal einen kleinen Rabatt, aber Spanien ist was komplett anderes als Frankfurt. Das ist Outdoor, das ist abends, da läuft Musik, da ist gutes Wetter. Das ist mehr wie ein riesen Community-Event, wo auch ein paar Stände sind, wo man sich auch Sachen angucken kann, wo man Sachen probieren kann, aber das ist absolut nicht so eine Verkaufsmesse, wie es in Frankfurt ist. Also die Spanier sind da eher zusammen und probieren Sachen und quatschen und treffen sich und trinken was und feiern da. Das ist wirklich eine grundlegend unterschiedliche Veranstaltung im Vergleich zu Frankfurt. Ja. Und kostenlose Sachen werden da nochmal ganz anders zelebriert als hier in Deutschland. Man muss sich vorstellen, es gab halt teilweise an Ständen dieser Glücksräder, wo man halt drehen kann. Da bekommt man dann ein Mundstück, einen kleinen Packung Kohle oder was weiß ich. Die Schlangen da dran, das waren locker 100 Meter so, wo die da standen. Die haben sich wirklich quer über die ganze Messe gekringelt. Das war wirklich krank. Das ist echt abnormal. Aber die freuen sich halt auch wie Hölle, wenn die irgendwas kostenlos bekommen. Also wenn du einem Spanier da so einen Kopf schenkst oder so, die rasten wirklich komplett aus. Da kommen ja am letzten Tag nochmal zwei sehr, sehr schöne Storys. Ja. Aber ja, wir sind da eigentlich nur ein bisschen umgelaufen, haben hier und da mal Hallo gesagt, haben uns an den Stand gestellt. Gerade bei Hokkaiden haben wir erstmal Hallo gesagt, weil Johannes und so weiter haben wir ja noch gar nicht gesehen bis dahin. Die waren ja nochmal in einem anderen Airbnb gewesen. Haben wir die nochmal getroffen, haben mit denen ein bisschen gequatscht. Und ja, nichts Großartiges eigentlich wirklich gemacht. Nö. Eigentlich sind wir nur rumgelaufen, haben uns alles ein bisschen angeguckt, haben uns die Situation, die Situation auf uns wirken lassen, dass wir gerade wirklich nach Spanien geflogen sind, um dort auf eine Shisha-Messe zu gehen, was ja an sich schon wirklich was sehr, sehr Besonderes ist. Also irgendwie auch komisch zu sagen, ich fliege für eine Shisha-Messe nach Spanien. Das ist schon besonders, würde ich sagen. Und das erstmal alles so auf sich wirken lassen und verinnerlichen, das war eigentlich so die Freitagsmission. Plus erstmal allen Leuten Hallo sagen, die man so kennt. Weil natürlich waren nicht nur Deutsche auf der Messe. Also, nee, das war jetzt falsch formuliert, aber ich meine, es sind ja, also die ausländischen Influencer sind ja nicht nur aus Deutschland. Das heißt, da sind noch Franzosen und Engländer und Amis. Die ausländischen Influencer sind nicht nur aus Deutschland. Ja, genau. Genau, die ausländischen Influencer auf der spanischen Messe sind nicht nur Deutsche. Also waren auch Franzosen und Amis und aus der ganzen Welt kommen die Shisha-Leute oder die müssen ja nicht mal Influencer sein, aber auch Hersteller. Leute, die man sehr, sehr selten sieht. Eigentlich nur einmal im Jahr in Frankfurt, haben wir dann halt auch in Spanien nochmal getroffen und das war sehr, sehr schön. Was waren denn die deutschen Hersteller, die alle da waren? Also, Hukain waren wir als erstes. Genau. Dann, Shades war da, NPS war da, Holster war da, MIG war da, Nameless war da, Aeon und Vyro waren da und Nevo, also alle drei jetzt. Mose und Onmo waren da. Genau, Mose und Onmo waren da und das war es, glaube ich, schon, oder? Ich glaube, das war es, ja. Ja. Es war zum Beispiel noch Nightcooker. Stimulation war da. Ach ja, Stimulation, natürlich, da haben wir auch sehr lange gesessen. Und Revoschi. Und Revoschi, ja, stimmt. Also, man kann sagen, so die Hälfte oder ein Drittel der Aussteller waren eigentlich aus Deutschland. Ja, mit der Standgröße würde ich schon sagen, die Hälfte auf jeden Fall. Mit der Standgröße die Hälfte, ja. Spanische waren zum Beispiel so Bengala, Hispa Cachimba, Cachimberos und dann gab es aber auch so Marken wie Naib, also eine brasilianische Marke, von der man in Deutschland sehr wenig hört, auf die die Spanier aber extrem stehen. Die waren da und bei Bengala haben wir auch mal eine ganze Zeit lang gesessen. Ja, Bengala hat ja auch ihren neuen Tabak vorgestellt, den Hater, Hater-Tabak, mit sechs Sorten, glaube ich, waren das. Bengala hat auch mit der Untermarke DMNT eine neue Pfeife released. Man kennt ja die Nino, heißt die, glaube ich. El Nino. Die kleine Steckpfeife mit Tragetasche und so weiter, die aber für den Preis nicht so viel mitbringt, leider. Ja. Und die haben das größere Modell mit Epoxitas, Korpus? Korpus. Korpus. Oder Korpus und dann sagen die aber Korpus. Keine Ahnung. Aber so in die Richtung heißt das Ding auf jeden Fall. Die würde auch nach Deutschland kommen, allerdings wird sie in Deutschland wahrscheinlich ein bisschen anders heißen. Ja, und die kostet in Spanien auf jeden Fall 150 Euro. Ich bin mal gespannt, wie teuer sie in Deutschland sein wird. Aber selbst für die 150 Euro, da gibt es halt einfach bessere Pfeifen. Also wenn jemand unbedingt auf dieses Design steht, kann ich es nachvollziehen, weil die sehen schon sehr besonders aus. immer mit diesen, also sie sind meistens sehr schwarz gehalten, dunkel gehalten und dann aber mit diesen weißen Schriftzeichen, Symbolen und Co. drauf. Das ist schon sehr, sehr cool. Und wenn jemand sagt, boah, das ist genau meine Traumpfeife von der Optik, dann kann man das wohl machen, wenn man den etwas zu hohen Preis in Kauf nimmt. Aber abgesehen davon würde ich sagen, eine Viro Penta, eine Mose, so eine Ocean. Also da gibt es viele Pfeifen, die... Gewinnt nicht den Preis-Leistungspreis. Genau, definitiv nicht. Und auch keinen Leistungspreis. Die ist okay, aber die ist nicht krass verarbeitet oder so. Aber die sieht ganz cool aus. Genau, ich wollte gerade sagen, ich finde die vom Design her echt super schön. Aber ich bin sogar am überlegen, mir die zu holen. Aber sie ist halt keine Pfeife, wo ich, die ich direkt empfehlen würde, wenn mich einer fragt, empfehle mir mal eine Pfeife für 150, 200 Euro. Ja, sehe ich ganz genauso. Ja, und dann haben wir da den Freitag verbracht und im Nachhinein hat uns die Hitze halt so fertig gemacht, dass wir freitags auf der Messe gar nicht so übertrieben viel gemacht haben. Also wir saßen eine ganze Zeit lang bei Hukain, wir saßen eine ganze Zeit lang mal bei Stimulation. Die hatten zum Beispiel einen sehr windigen, aber schattigen Platz, was sehr, sehr gut für uns war. Da haben wir uns auch erstmal niedergelassen, auf jeden Fall eine Zeit lang. Da haben wir uns eine ganze Zeit lang niedergelassen, ja. Das war auf jeden Fall sehr cool. Da hatten wir auch eine schöne Kopfbau-Erfahrung. Boah, also der Kopfbau von so manchem Spanier ist wirklich ein Abenteuer, ey. Ja, müsst ihr euch vorstellen, wir saßen bei Stimulation und Alex hat uns halt gefragt, wollt ihr nicht eine Pfeife rauchen? Da hat er uns eine Pro X3 hingestellt, hat ein paar Schläuche aufgemacht und hat er halt im Spanier irgendwie, hat er auf jeden Fall gesagt, dass wir mal einen Kopf bauen könnten. Und dann stand da auf einmal ein Köpfchen da mit Alufolie schon gespannt, wo wir auch schon erstmal sagen, habt ihr nicht keinen HMD oder sowas? Haben gedacht, wir gucken uns mal den Kopfbau an. Marvin nimmt die Alufolie runter und sein Blick hat eigentlich schon alles gesagt. Also ich habe den Kopf noch nicht gesehen, aber ich wusste genau, wie dieser Kopf gebaut war, als ich ihn mal aufs Gesicht gesehen habe. Ja, das war eine Berg- und Talfahrt innerhalb vom Depot. Das heißt, die eine Seite war fast an der Alufolie und die andere Seite hat gerade so den Boden vom Depot bedeckt. Also selbst wenn ich sagen würde, ja, ich möchte auf Abstand rauchen und mit Alufolie rauchen, dann war das trotzdem ein schlecht gebauter Kopf, weil er absolut nicht gleichmäßig gebaut wurde. Entschuldigung, die Clubmate kickt. Also die eine Seite war super flach, die andere Seite war super hoch und es war einfach nicht schön gebaut. Dann, wenn du jetzt die ganze Alu auf mega Kontakt baust, könnte ich es verstehen, wenn du ein Durchzugsloch übers Funnelloch machst. Ich persönlich würde nie eins machen, aber es wäre akzeptabel. Das wäre verständlich. Ja, also es wäre nachvollziehbar. Da der Kopf aber so niedrig gebaut war, da noch ein Durchzugsloch in die Mitte übers Funnelloch zu machen, vollkommen für den Arsch. Und das war so für den Arsch, dass ich gesagt habe, weißt du was, den Kopf muss ich gar nicht erst rauchen. Und da waren auch alle anderen dabei und dann war der Kopf halt für den Arsch, aber der wäre auch genauso für den Arsch gewesen, wenn man da noch Kohle draufgelegt hätte. Das war wirklich für die Katz. Also der war krumm und schäpp gebaut. Der war von der Lochung her für den Arsch. Der Kopf sah jetzt nicht nach einer krassen Qualität aus. Also es war leider von A bis Z nix. Und da hat es noch cremig gerochen. Und es hat noch cremig gerochen. Da war ich sowieso schon raus. Vor allem bei gefühlt 78 Grad in Spanien. Das verstehe ich ja eh nicht. Also die Spanier gehen ja voll auf dieses cremige ab, obwohl die halt so eine Hitze haben. Also ich könnte bei dieser Hitze nicht unbedingt jetzt, sage ich nicht, ich hätte Bock auf einen richtig cremigen Kopf. Ja, vielleicht frühmorgens oder so. Ja, da geht das vielleicht noch. Aber wie viel cremig die Spanier rauchen, ist schon wirklich wild. Und wie wenig Dark Blend die Spanier rauchen. Oh ja. Also die haben ja guten Dark Blend da. Die haben Element, die haben Must Have, die haben Dark Side. Alles ohne TPD. Es gibt Tangiers. Und trotzdem rauchen die in Spanien fast nie Dark Blend. Also das ist wirklich krass. Ich war mega überrascht. Aber so ist das wohl leider. Ja gut, aber die Attitüde bei den Spanien ist auch ein bisschen anders. Weil wir hatten ja mit Gonzalo geredet. Und seiner Meinung nach ist, sobald der HMD den Tabak berührt, hält der Kopf nur 20 Minuten. Ja, bei der Aussage haben wir halt einmal kurz geschmunzelt. Und Alex und ich rauchen gefühlt nie ohne Kontakt zum HMD. Und wie man in den Streams und Videos und Co sieht, rauchen wir doch das eine oder andere Mal tatsächlich über 20 Minuten. Man kann es kaum glauben. Man kann es kaum glauben. Ja. Der Gonzalo hat eh sehr besonders die Köpfe gebaut. Also der hat mit mehr Abstand gebaut. Da habe ich gedacht, kommt da überhaupt noch was von der Kohle an, von der Hitze. Aber ey. Mit Durchzugsloch noch. Er mag seine Köpfe so. Und von daher ist das natürlich vollkommen okay, wenn er so rauchen will. Wir können nur sagen, für uns wäre das so absolut nichts gewesen. Also da hätte man auch irgendwie, weiß ich nicht, sich ein bisschen Geruch von der Dose zufächern können. Und das hätte genauso viel gebracht. Aber er mag das eben so. Ja. Ist das auch in Ordnung. Aber halt nicht für uns. Nicht für uns. Nicht für uns. Der Gonzalo seine Köpfe mal alleine rauchen. Ja. Ja. Und das war so der Freitag auf der Messe. Also da ist tatsächlich noch nicht so viel passiert. Was haben wir Freitag nach der Messe noch gemacht? Dann haben wir das erste Mal unser Lieblingsrestaurants entdeckt. Und zwar das Duque. Das ist direkt neben dem Boho. Also ebenfalls fünf Gehminuten von der Messe entfernt. Fünfeinhalb dann. Fünfeinhalb. Okay. Eins hinter Boho. Genau. Und wir kannten das beide noch nicht. Obwohl wir auch letztes Mal, als wir in Spanien beim Boho gewesen sind, ist uns nicht so wirklich aufgefallen. Aber der Gonzalo hat uns das empfohlen. Und da haben wir uns hingesetzt draußen. Und Karte war halt komplett auf Spanisch. Die Übersetzung war auch sehr naja. Also konnte man nicht viel mit anfangen. Und deswegen haben wir uns eigentlich nur Sachen von Gonzalo empfehlen lassen. Und dann hat es mit den Vorspeisen angefangen. Und zwar mit den Chupa Chup. Chupa Chup. Der Gonzalo sagt. Also wir haben den Gonzalo gefragt, was sollen wir nehmen? Und er so Patata Bravas. So da weiß man ungefähr, was das ist. Das sind halt frittierte Kartoffelstücke. Also so wie klein gehackte, also wie kleine rechteckige Pommes. Oder viereckige Pommes fast. Kleine Bratkartoffeln. Nee, das ist schon mehr Richtung Pommes. Das ist nicht Bratkartoffeln. Bratkartoffeln werden in der Pfanne gemacht. Und die waren definitiv frittiert. Also mehr so wie kleingeschnittene Pommes. Also ob du so eine Pommes nimmst und die nochmal in drei oder vier Teile unterteilst. Und dann ist da so eine scharfe Tomatensauce drüber, die aber mehr so in Richtung pikanter Ketchup geht, würde ich sagen. Ja, würde ich auch sagen. Und dann manchmal noch so ein paar Röstzwiebeln oder so. Aber sehr, sehr lecker. Also wie so ein etwas weiter gedachtes Pommesgericht, könnte man sagen. Und dann sagt Diego Gonzalo noch, ja, wir nehmen noch Chupa Chup. Und wir so, was willst du? Chupa Chup. Und also, es ist sogar Chupa Chup de Queso de Cabra. Si. So, so hieß das. Und Queso ist Käse und Cabra ist Ziege. Also Ziegenkäse. Chupa Chups. Und wir waren so verwirrt, weil wenn du in einem Deutschen sagst Chupa Chup, dann denkst du natürlich an Chupa Chups. Die Lollipops. Und auf jeden Fall waren das Ziegenkäsebällchen, paniert und frittiert, aufgespießt mit einer Salzstange. Da waren wir, wir nehmen, ich dachte, das wäre so ein Stiel und ich nehme sie zuerst in die Hand und auf einmal bricht diese Salzstange ab. Und ich bin so, hä, das ist eine Salzstange? Ja, und dann hat man da noch so eine Art Honig dabei. Dann kannst du das Bällchen da drin rollen, dann tunkst du das noch so in ein paar Mandeln und dann nimmst du das Ziegenkäsebällchen auf einmal. Ja, und das war sau lecker. Und ich mag noch mal nicht mehr Ziegenkäse. Ja, ich muss sagen, also ich fand es für Ziegenkäse gut, aber ich bin absolut bei Ziegenkäse eigentlich raus, aber konnte man auf jeden Fall essen. Ja, also ich fand es tatsächlich geil. Also mir hat es dann auch nach zwei oder so gereicht, aber wie das halt in Spanien so ist, du bestellst einfach so einen Haufen Vorspeisen, das steht alles auf dem Tisch und jeder bedient sich dann, bis alles leer ist und fertig. Und von daher hatten wir, glaube ich, jeder zwei Chupa Chup oder so und dann war auch wieder gut. Gut, aber der Kellner war übertrieben funny und cool drauf und dann hat der Sandro den noch belabert und dann hat er uns noch einen Schnäpschen getrunken. Am ersten haben wir auch ein Schnäpschen getrunken. Da kam ja Historia. Ja, Historia. Der Sandro hat Story Placements gegen Schnaps verkauft. Ja. Und dann haben wir nicht viel getrunken, da haben wir nur ein bisschen getrunken. Ich glaube, jeder hatte halt einen Shot nach dem Essen und gut war, also so einen kleinen Drink nach dem Essen und dann war auch wieder gut. Aber der Typ war auf jeden Fall sehr, sehr funny, es war sehr lustig, die Location ist cool. Draußen sitzen in der Nacht in Spanien, wenn es noch immer angenehm warm ist, in kurzer Hose und T-Shirt und dann du warst den ganzen Tag auf der Messe in der Hitze unterwegs und dann sitzt du da und trinkst was Kühles und isst was Leckeres und dann kam die Hauptspeise. Ja. Und ich habe mir Pluma, Pluma, Pluma de Iberico bestellt, also irgendein Teil vom Schwein, wieder von diesem Iberico-Schwein. Und Freunde, ich sage euch eins, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie ein so leckeres Stück Schweinefleisch gegessen wie da. Ja, das war so gut, ich habe die nächsten zwei Tage noch von geschwärmt und alle möglichen Leute dahin geschickt. Wir wären sogar fast noch, also wir waren am nächsten Abend nochmal da und wir wären fast am nächsten Tag nochmal da gewesen, wenn die nicht sonntags zu gehabt hätten. Also das war wirklich der Wahnsinn und auch der Nachtisch danach, boah, ich hätte mich reinlegen können. Ich hätte mich aber nach Mucho vor Speiso, Hauptgang und Nachtisch ging wirklich gar nichts mehr. Ne, das war echt, also das war super lecker, richtig gut, aber danach war auch echt dead. Also dann haben wir auch überlegt, sind wir am zweiten Abend noch in die Bar reingegangen? Ich glaube am zweiten Abend waren wir nur, ja doch, danach sind wir dann mit Gonzalo noch in die Bar gegangen, in die Shisha-Bar. War das nicht der Samstag, war das der Freitag? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall waren wir an einem von beiden Abenden noch in einer... Ne, das war der Freitagabend, weil Samstagabend waren wir ja dann mit Tim Mose da essen und danach sind wir zu Tim Mose. Also sind wir am Freitagabend, nachdem wir bei Duke essen waren, sind wir noch in die Shisha-Bar, die da direkt um die Ecke waren. Also da läufst du nochmal drei Minuten weiter, also sind wir jetzt bei achteinhalb Minuten von der Messe entfernt, gibt es eine Shisha-Bar und da haben wir dann noch ein Köpfchen geraucht. Das war auch noch eine sehr, sehr besondere Begegnung, weil wir wollten halt Overpack, also wir haben denen bewusst gesagt Overpack, damit wir mal einen Kopf auf Kontakt kriegen. Und dann machen wir, der Kenner ist so, ja, ja, okay, Overpack, okay, wollt alle Overpack rauchen, ja, okay, können wir schon machen, kriegen wir hin. Rennst so rein, kommt nach ein paar Minuten wieder raus und quatscht irgendwas mit Gonzalo auf Spanien. Und dann guckt uns Gonzalo an und sagt, ja, die haben nicht genug Darkseid, damit die Overpack auf drei Köpfe bauen können. Und wir so, äh, was? Man muss halt dazu sagen, dass wir, wir haben die Karte angeguckt und die war jetzt, da war nicht so viel Auswahl, wie wir es auf jeden Fall gewohnt sind. Und da waren, glaube ich, ein paar Virginia-Sorten und ich glaube vier Sorten Darkseid, die er hatte. Und da haben Sandro, Marv und ich natürlich alle drei Lemonplast mit Supernova bestellt. Das ist so eine Mischung, kennt man, kann man machen. Und natürlich auf Kontakt. Und dann kommt er raus und sagst so, ja, für drei Köpfe Overpack haben wir nicht genug Tabak da. Also nicht genug Lemonplast und Supernova. Ja, genau. Und dann ging das erst mal so fünf Minuten, zehn Minuten hin und her, bis wir uns dann entschieden haben, dass wir alle drei Lemonplast, Supernova und Mangolassi rauchen. Ja. Dass wir da die Köpfe auffüllen. Das war der Kompromiss. Ja. Wir wollten alle eigentlich Supernova Lemonplast, das ging aber nicht. Dann haben wir gesagt, gut, dann nehmen wir alle Lemonplast, Mangolassi und Supernova. Ja, dann kam noch eine schöne, haben Marv und ich uns erst mal plamiert, weil Gonzalo gesagt hat, geht doch mal bitte rein, sucht euch die Pfeifen raus. Marv und ich laufen die Bar rein. Ja, wir sollten auch drinnen alles bestellen. Das war vor dem Bestellen. Stimmt, ach, das war vor dem Bestellen. Gonzalo meinte so, geht rein und bestellt Pfeifen. Und wir gehen so rein und die Spanier gucken uns so verwirrt an, so, hey, was machst du hier beim Shishamann? Ja. Und dann meinen die so, ja, wir kommen gleich raus. Und wir dachten uns so, ja, danke, Gonzalo, Digga, einmal uns hops genommen, weißt du. Er steht grinsend in der Tür und sagt dann so, okay, dann gehen wir wohl wieder raus. Und wir so, ja, dann gehen wir wohl wieder raus. Ja. Dann haben wir bestellt. Und dann hat es eine ganze Weile gedauert, bis die Pfeifen gekommen sind. Also da hatten wir echt Schmacht. Nach dem Essen hast du Bock auf ein Köpfchen, bestellst das und dann wartest du erstmal gefühlt eine Stunde in der Shisha-Bar, bis die dann endlich kommen. Und dann kamen die Pfeifen und die waren auch echt okay. Ja, die waren echt. Können wir auf jeden Fall machen. Sandro hatte, ich glaube, über den kompletten Spanientrip immer Pech gehabt, weil der hat immer die Pfeife als Letzter bekommen. Egal, wo wir waren. Das war irgendwann einfach der Running Gag. Wenn wir Pfeife rauchen waren, Sandro immer als Letzter die Pfeife bekommen. Ja. Ja, war gut. Und danach. Ich glaube, Köpfchen sind so ungefähr 10 Euro gekostet in der Bar. Ich weiß leider den Namen nicht mehr. Ich weiß es auch nicht mehr. Es war halt, wenn du vom Duke weiterläufst, also bist du in der Boho-Lounge, dann kommt Duke und dann läufst du ein Stück weiter und dann ist da so ein Hinterhof. Sondern in die nächste dann, wenn er vorbeikommt. Genau. Man wird den Namen nochmal im Video sehen. Ja. Bin ich mir sicher, dass ich den gefilmt habe. Ich glaube, Dark Plant hat 14 gekostet. Virginia hat 12 gekostet. War okay. Ach, dann war das nur Standardköpfe, die 10 gekostet haben? Ja. Okay, ich hatte irgendwas mit 10 noch im Kopf. Nee, 14 Euro war, bin ich mir relativ sicher, war Dark Plant. Okay. Es gab Angebote. Da haben zwei Köpfe, wenn du zwei Köpfe Dark Plant bestellt hast am Mittwoch oder sowas, hättest du 14 Euro bekommen. Nee, aber war gut. Und danach waren wir auch echt platt, sind dann zurück ins Airbnb. Ich glaube, du bist direkt pennen gegangen. Und Max, Sandro und ich haben uns nochmal auf die Dachterrasse gesetzt. Also wir hatten nicht nur... Nee, warte, an dem Tag saß ich auch noch mit auf der Dachterrasse. Nee. Nee? Ach, das war der Abend davor. Ja. Ja. Ja, wir hatten nicht nur auf der ersten Ebene von uns so die kleine Innenhofterrasse, sondern du konntest auch noch ein Stockwerk hochgehen, wo Sandro sein Schlafzimmer war. Und da hatten wir nochmal eine sehr, sehr große Dachterrasse. Die war wirklich riesig. Ja. Also die war gefühlt nochmal drei Wohnzimmer. Ja. Und da haben Max, Sandro und ich uns nochmal hingesetzt, haben noch ein spannendes Köpfchen gehocht, auch nicht mehr so lange. Und dann ging es ins Bettchen. Dann ging es ins Bettchen. Genau. Und dann der nächste Tag, der Samstag, war eigentlich wieder sehr ähnlich. Aufgestanden, Frühstück natürlich. Wir haben eigentlich auf dem gesamten... Weißt du auch, wie der Platz heißt? Plaza de Encarnacion? Das kann sein, ja. Ich glaube so. Ich kann kurz gucken, ob ich es auf Google finde. Da, wo die Setters de Sevilla sind. Mhm. Auf jeden Fall haben wir auf dem gesamten Platz eigentlich alle Frühstücksrestaurants mal ausprobiert. Haben dann am Samstag sogar noch die Jungs von Fresh Smoke getroffen. Die saßen da schon im Frühstücksrestaurant, da haben wir uns dazugesetzt. Also von Fresh Smoke und Zip Smoke. Und ja, haben da auch wieder ganz entspannt gefrühstückt. Hatten wieder alle unser... Ne, da habe ich glaube ich sogar einen Bagel gegessen. Encarnacion. Encarnacion? Encarnacion. Encarnacion. Und dann gab es da auch das Restaurant Doña Encarnacion. Da waren wir dann samstags frühstücken. Und... Ähm... Am... Boah, wie war das? Am... Freitag und Sonntag waren wir im Gleichen. Freitag und Sonntag waren wir in... Ah ne, das... Warte, hier ist das Restaurant. Wie hieß das? Aber auch irgendwie so. La Taberna, la Encarnacion. Also die hießen dann alle irgendwie so. Ja. Ja, auf jeden Fall... Hatten eigentlich auch alle die gleiche Karte, muss man noch dazu sagen. Ja, das war so strange. Das war für sich. Also da sind verschiedene Restaurants, die alle exakt dieselben Sachen haben, zu exakt denselben Preisen. Das genau gleiche Menü, nur dass oben rechts einmal das Logo von dem einen und einmal von dem anderen ist. Also dass es halt nicht nur in Kette ist, sondern es sind verschiedene Restaurants. Ja, ja, ja. Komplett unabhängig voneinander. Sie sehen auch komplett anders aus, aber das Essen ist genau dasselbe. Ja. Vielleicht machen die das, damit es fair ist oder so. Keine Ahnung. Damit es halt nur noch die Location ist und der Service, der Unterschied. Weiß nicht. Aber also, ja. War trotzdem sehr lecker immer. Also ich habe meine Tostada con jamón und meinen Kaffee con leche jeden Morgen und entweder noch... Und zu den Naranja. Naranja. Naranja? Naranja. Glaube ich. Also es wird nach Naranja geschrieben, aber ich weiß nicht, ob die sie vielleicht anders aussprechen. Hm, maybe. Ja, die Andalusia, die... Es wird gar nicht besprochen. Nee, also du sagst auch nicht muchas gracias oder buenos dias. Du sagst ja muchas gracias oder buenos dias. Ja. Also die schlucken einfach aus Prinzip immer das S am Ende von einem Wort weg. Gibt's nicht. Fällt aus. Und nuscheln auch gut. Sehr. Ja, also ich kann ja ein klitzekleines bisschen Spanisch und trotzdem, wenn die losgegangen haben... Ja, und dann doppelt haben die halt immer raus. Dann Kilo Kofferwort. Ja, ja, die sind unglaublich schnell, unglaublich genuschelt. Wörter werden halt anders ausgesprochen, als ich das mit meinem kleinen bisschen Rest von Schulspanisch noch kann. Und dann war ich trotzdem oft komplett lost. Dann haben die das aber meistens gerafft, haben es nochmal langsam gesagt. Ich habe es immer geschafft, mich irgendwie zu verständigen. Ja. Also ich habe immer irgendwie für uns bestellen können. Ich habe immer irgendwie, wenn jetzt Tia oder Gonzalo nicht dabei waren, wir sind immer klargekommen. Ja, das auf jeden Fall. Ja. Unser Lieblingssatz war irgendwann Quiero La Quenta, por favor. Quiero La Quenta, weil der Max kann kein Wort Spanisch und dem wollte ich dann beibringen, wie er die Rechnung bestellt, als er die Rechnung bestellen wollte. Und ich glaube, das wird er auch nie wieder vergessen. Ich glaube auch nicht, nee. Ja, war auf jeden Fall gut. Also Frühstück war sehr, sehr gut. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, das war auch wieder, sind wir dann, glaube ich, mit Tia und Onur, sind zu uns ins Airbnb gegangen. Ja, aber mit einem großen Umweg, weil das war unsere Estanko-Tour. Weil wir wollten natürlich noch ein bisschen Tabak kaufen, sowohl zum Darauchen, als auch eventuell zum Mitnehmen. Beziehungsweise wir haben uns am ersten Tag, sind wir in die Estanko bei uns gegenüber gegangen und haben erstmal nach Space Flavor gefragt. Natürlich, was auch sonst. Hatten sie drei Dosen da, die drei Dosen haben wir auch direkt mitgenommen. Also was auch sonst. Haben noch ein, zwei andere, ich glaube, ein, zwei Packungen Element oder so geholt. Aber haben gedacht, wir kaufen nicht zu viel, weil vielleicht finden wir noch eine andere Estanko, wo es vielleicht eine bessere Auswahl gibt. Und dann sind wir auf die Suche gegangen nach verschiedenen Estankos in der Umgebung. Und da waren wir auch eine gute Stunde auf jeden Fall unterwegs. Boah, ich glaube länger. Länger? Ich glaube länger. Ja, also wir sind, wir sind, wir haben ein Navi angemacht, so ein Estanko, sind da hingelauft, haben geguckt, okay, haben kein Darkblend, sind zum nächsten Estanko, okay, haben kein Darkblend, sind zum nächsten Estanko und so weiter und so weiter. Und ich glaube, wir haben vier oder fünf Estankos abgeklappert. Dann sind ja noch Tia und Onur zum Orange-Laden, wegen einer SIM-Karte. Währenddessen haben wir kurz für dich nach einer Tasche im Adidas-Laden geguckt, wo es leider auch nichts gab. Ich brauche unbedingt für die nächste Reise so eine Assi-Umhängetasche. Weißt du, so Bones MC-Style brauche ich so eine Umhängetasche, weil ich hatte immer Kamera, Portemonnaie, Schlüssel und Handy in meinen zwei vorderen Hosentaschen von den kurzen Hosen und dann schlankert das da so rum. Also da kann ich echt verstehen, dass man sich so eine Umhängetasche holt, weil das schon unglaublich praktisch gewesen wäre. Und die hatten die aber einfach nicht. Hatten die nicht. Ja, also die hatten schon, aber nichts, was dir gepasst hat auch. Naja, wir hatten dann diesen einen Straßenhändler mit den ganzen Fake-Taschen, wo ich dann dachte, naja gut, wenn das jetzt ein Fünfer kostet, dann scheiß drauf, dann hole ich mir das jetzt. Und gut ist. Aber die haben mir nicht gepasst. Und die richtigen Läden hatten gar nicht diesen Style an Umhängetasche, wie ich sie haben wollte. Ja. Ja. Ja, habe ich mich da wohl mit abgefunden. Ergeben ist es. Es ist ein hartes Leben. Schlimm. Schlimm. Auf jeden Fall nichts an Tabak gefunden. Das heißt, wir sind nochmal in unsere Stange gegangen, haben da, glaube ich, noch ein, zwei Sorten mitgenommen. Serpent haben wir noch gefunden. War leider doch sehr enttäuschend, muss ich leider sagen. Ja, Serpent sehr enttäuschend. Also es ist eine Untermarke von Starbass, aber leider absolut nicht gut. Ich habe das auch als Starbass-Vintage-Lein im Kopf irgendwie. Nicht als Serpent. Vintage gibt es auch noch. Ach, das ist noch eine extra? Das sieht mal aus anderem aus. Ah, okay. Okay, okay. Ja, also das war doch eher enttäuschend. Ich muss sagen, der Camp C von Element ist zwar Virginia, aber der hat mir sehr, sehr gut geschmeckt. Ja. Ich hatte noch den Sutherly Buster. Der war auch gut. Ja. Habe ich auch gerne mit reingemixt. Aber ich glaube, ich habe fast keinen Kopf in Spanien, den ich selbst gebaut habe oder zu Hause geraucht habe, ohne Space Flavor geraucht. Immer Space Flavor rein und dann irgendwas dazu gemixt. So schade, dass es den nicht mehr in Deutschland gibt. Aber dafür auch immer wieder was Besonderes, wenn wir in Spanien sind. Das habe ich auch kurz überlegt. Man freut sich irgendwie, wenn man in Spanien ist, auf so gerade eine Sache. So einfach mal ein Köpfchen Space Flavor mal wieder, so viel man möchte. Am Ende war es ja wirklich einfach nur noch Space Flavor, die Traube von Blaze. Oh ja. Und für mich dann noch ein bisschen Kiwi obendrauf von Hooker Squeeze. Können wir auch noch kurz erzählen. Als wir am ersten Tag beim Hooker Instand waren, hat uns der Johannes einen neuen Prototyp gezeigt. Und zwar kommt von Blaze einfach eine Traube auf Dark Blend. Und die haben wir dann mitgenommen. Die hat eventuell den Stand verlassen mit uns. Und dann konnten wir den auch daheim rauchen. Und dann war unsere Standardmischung dauerhaft Space Smoke und der Blaze Black, nee, Dark, nee, wie? Blaze Nana? Blaze Nana? Blaze Nana. Ja, und der war echt gut. Ja. Also da bin ich sehr gespannt. Das war ja nur ein Prototyp, dann sind die halt per Hand angemischt. Das heißt, die Qualität war noch nicht so, wie wenn der wirklich maschinell komplett hergestellt wird. Aber vom Geschmack her war der schon wirklich extrem gut. Und den haben wir sehr, sehr oft geraucht. Ich habe ja sogar noch den Prototyp aus Berlin zu Hause von der Traube. Ja. Und der neue Prototyp, den wir jetzt hatten, der war noch mal um einiges besser, muss ich sagen. Ja, ja. Der Prototyp in Berlin war okay. Ja. Aber der Prototyp jetzt war wirklich gut. Ja. Und den haben wir sehr, sehr oft geraucht. Ja, und so ging dann auch der Samstag dann zu Ende. Ja, Messe halt. Sind wir, wie schon gesagt, erst um 8 Uhr, glaube ich, hin. Weil, dass wir nach Sonnenuntergang da sind, dass es ein bisschen entspannter ist. Das war so viel schlauer. Also ganz ehrlich, wenn ihr auf die Messe mal fahrt nach Spanien oder fliegt, dann geht auf jeden Fall abends erst hin. Ja, vor allem, wenn ihr alle drei Tage da seid. Ja. Die Messe, auch wenn du einen Tag da bist. Ja, stimmt. Also ganz ehrlich, das ist so viel kleiner als Frankfurt. Das ist so viel entspannter als Frankfurt. Also von der Fülle her war das Samstag und Sonntag zwar voller als Freitag, aber immer noch nicht ansatzweise so voll wie der Freitag in Frankfurt. Das stimmt. Und der Freitag war deutlich entspannter als der Samstag oder Sonntag in Frankfurt. Also das reicht locker, wenn du ein, zwei Tage hingehst. Also wenn du sowieso deswegen nach Spanien fliegst, kannst du ruhig alle drei Tage machen, weil es geil ist, da zu chillen und die Stimmung mitzunehmen. Aber wenn du das mal sehen willst und das vielleicht mit einem Spanien- oder Sevilla-Trip verbindest, dann reicht dir auch einen Tag da mal um 8 Uhr hingehen, sich das vier Stunden angucken, vielleicht ein bisschen Pfeife rauchen, ein paar Sachen probieren, vielleicht doch ein bisschen was kaufen und mitnehmen und einfach die Situation ein bisschen genießen, da auf einer Outdoor-Messe in Spanien zu sein. Ja, aber, also du musst nicht dreimal sechs Stunden hingehen. Ja, auf jeden Fall. Wenn du es einfach mal gesehen haben willst, reicht einmal vier Stunden wirklich abends, das heißt dann um 8 Uhr gemütlich hingehen und dann da von halb neun bis Mitternacht über die Messe laufen. Aber was wir gemacht haben, um 17 Uhr da sein, war einfach dumm. Aber gut, vorher wussten wir es nicht. Aber jetzt können wir unsere Erfahrungen mit euch teilen, damit ihr nicht denselben Fehler macht wie wir. Ja. Ja, und Samstag haben wir dann entspannt eigentlich erstmal ein Küpfchen bei Hokeen geraucht. Der Max hat uns netterweise drei Terence fertig gemacht, haben uns da schön ein Köpfchen gebaut. Du warst, glaube ich, nochmal live, ich war nochmal live. Du hast noch eine Fragerunde gestartet, glaube ich. Genau. Die habe ich dann aber, also ich habe Samstag, genau, ich habe Samstag die Fragerunde gestartet, damit das 24 Stunden laufen kann und sonntags habe ich die dann beantwortet. Genau. Und da haben wir uns auch relativ entspannt gemacht. Ich weiß gar nicht, haben wir sonst noch irgendwo ein Köpfchen geraucht am Samstag? Bei Rewoshi haben wir Samstag ein Köpfchen geraucht. Da haben wir uns auch nochmal hingesetzt, da dürfen wir nämlich die Köpfe selbst bauen. Klar, bei Hokeen haben wir auch selbst gebaut, aber wegen dem schlecht gebauten bei Simulation muss man das dazu sagen. Auf jeden Fall haben wir dann bei Hokeen selbst gebaut und als wir bei Rewoshi noch einen Kopf geraucht haben, haben wir auch selbst gebaut und das war sehr, sehr wichtig. Da habe ich mal bauen lassen. Da habe ich mal keinen Kopf gebaut. Ja, da haben Sandro und ich für uns vier, also Gonzalo war wieder mit uns, da haben wir wieder, da haben dann mal Sandro und ich gebaut. Ja, war sehr gut. Ja? Ja. Was hat der Sandro dir gebaut? Sandro hat mir gebaut den Strong Mint zusammen mit Depp Strong. Ah ja, okay, da hatten wir alle denselben Kopf. Ja, okay. Ja, weil ich habe auch für Gonzalo und mich ebenfalls den Doppelapfel gebaut mit ein bisschen Strong Mint, weil auf der einen Seite Erfrischung in der Hitze, auf der anderen Seite ein bisschen Dark Blend. Wichtig und richtig. Ja, die hatten aber leider nur Alufolie und keine HMDs. Aber war trotzdem okay. Ja, war trotzdem okay. Das mit den Schläuchen war ein bisschen anstrengend am Anfang, aber das ging dann auch. Bei mir hat eine Kugel gefehlt, deswegen habe ich da ein bisschen Probleme gehabt, weil ich gecheckt habe, warum ich luftziehe. Der Alex musste erst mal troubleshooten, so Wasser ist drin, Schlauch hängt scheiße, aber sollte funktionieren. Ergo Kugel. Und dann war tatsächlich auch eine Kugel nicht drin. Dann haben wir aus einer anderen Pfeife eine Kugel geklaut, damit sich dann irgendwann der Nächste, der die Pfeife bekommen hat, gewundert haben. Aber gut, das ist der ewige Kreislauf des Kugelsystems. Man kennt es. Ist so. Ist so. Ja, und ansonsten haben wir es echt ruhig angehen lassen am Samstag. Also wir haben uns immer mal wieder ein paar Sachen angeguckt, ein paar Sachen ausprobiert. Aber größtenteils sind wir eigentlich nur von Kopfstation zu Kopfstation gepilgert, haben uns hingesetzt, mit den Leuten gequatscht, die Situation auf uns wirken lassen und schön Pfeife geraucht. Und wir waren sogar noch beim Begala-Stand am Samstag. Da wurden wir nämlich von der lieben Simone eingeladen. Die haben wir durch Zufall in der Boho-Lounge getroffen am Freitag. Nee, am Donnerstag schon. Am Donnerstag, genau. Und da konnten wir dann Samstag in den Begala-Stand rein. Und die hatten, das habe ich gar nicht gesehen am Anfang, du konntest dann in der Verkaufsstation auf eine Treppe hochgehen und saßt dann oben auf dem Stand und konntest... Wir hatten so einen Container, wo du oben drauf sitzen konntest. Und hast einen perfekten Blick über die gesamte Messe. Das war wirklich echt geil. Das war wirklich geil. Und da ging dann auch eine richtige Brise und die Sonne war gerade weg, aber so, dass du noch so den Sonnenuntergangsschimmer am Horizont gesehen hast. Das war wirklich eine wunderschöne Situation. Ja, und da wurden wir noch verwöhnt mit Jamon. Jamon, ja. Kalten Getränken. Und diesen kleinen, also die haben so kleine Brotsticks. Die haben einen besonderen Namen. Ich weiß auch. Pikos? Pikos, irgendwie sowas, ja. Ja, und dann haben wir da ein bisschen Jamon gefuttert und haben einfach eine Pfeife geraucht und haben die Hater-Sorten probiert. Eine... Und die haben eine Milchreis-Sorte, die hat mir geschmeckt, Freunde. Die hat mir einfach geschmeckt. Ich in Milchreis, wo ich normal bei cremig sehr, 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 sehr schwierig bin. Aber der war echt gut. Und der Mango war auch noch lecker. Ja, ich fand den Grapefruit, der war mir zu süß, muss ich sagen. Dafür, dass es Grapefruit mit, ähm, was, Ginger? Ginger, ey? Ja. Dafür fand ich den Ticken zu süß. Den Milchreis fand ich auf jeden Fall am besten. Und den Rest habe ich halt nicht probiert, weil ich war noch ein bisschen angeschlagen. Deswegen habe ich eigentlich immer geguckt, dass, wenn ich rauche, eine eigene Pfeife habe. Oder eben die letzten Züge. Genau, damit ich da von euch keinen noch irgendwie anstecken kann. Ja. Besser ist es auf jeden Fall. Ja. Ja, aber das war eine sehr schöne Situation bei Bengala. Dann haben die uns noch die Köpfe mitgegeben, den ich auch gerade drauf habe. Ich habe ihn euch ja vorhin gezeigt. Ah, ich kann ihn auch noch mal zeigen. Ah. Weil Bengala jetzt auch vermehrt Köpfe machen will, die für HMDs funktionieren. Weil Bengala ist halt handgemacht und die machen halt eher Köpfe für Spanien. Und in Spanien wird halt mehr mit Alufolie und Apple on top geraucht. Und deswegen gab es von denen noch nicht so viele HMD-Köpfe. Aber da wollen die jetzt auch ein bisschen Wert drauflegen, dass da auch noch ein paar mehr rauskommen. Und das ist jetzt der erste. Und das ist halt auch der Shisha-Messe Sevilla-Kopf. Und da ich ja schon einen von der Huka-Club-Show habe und vom John Calliano-Festival habe, wollte ich natürlich jetzt auch einen von der Shisha-Messe haben. Aber jetzt war die Frage, wie findest du eigentlich Performance? Ich habe ihn noch nicht probiert. Absolut okay. Ja? Absolut okay. Also nichts übertrieben Besonderes, aber HMD passt gut drauf. Läuft wunderbar. Ich muss sagen, Depot hat mir eigentlich echt gefallen. Also es ist ein relativ flaches Depot, dafür ein bisschen breiter gezogen. Ich finde es jetzt nicht, also ich finde, wenn du jetzt sagst, relativ flach gehalten, ist das ein falscher Eindruck. Also es ist nicht super tief. Ich würde sagen, es ist so Oblaco-Mono. Ja. Ja. Oblaco-Mono würde ich sagen. Also Oblaco-M-Mono, so ungefähr ist das Depot. Ich würde sagen normal groß. Aber für Spanier auf jeden Fall flach. Für Spanier flach, ja. Ja, ja, ja. Für Spanier auf jeden Fall flach. Die Spanier rauchen halt vermehrt Abstand. Und dadurch kann das Depot ein bisschen tiefer sein. Und dann benutzen die sozusagen die gleiche Menge wie wir. Nur, dass wir auf Kontakt rauchen und die halt eben auf Abstand rauchen. Meistens, ne? Also nicht alle natürlich. Genau. Ja. Ja, ansonsten Samstag dann wieder natürlich ins Duke gefahren. Haben uns da wieder... Ich habe nämlich erst noch bei Mose gesessen eine ganze Zeit. Und habe da mit den Jungs gequatscht. Und da noch ein bisschen Zeit verbracht. Und dann hat mir der Moritz erzählt, dass sie bis jetzt immer nur Essen bestellt haben. Oder sich halt irgendwas haben liefern lassen. Da habe ich gesagt, Moritz, du kannst doch nicht nach Spanien fahren und dann immer nur Lieferpizza essen. Das kannst du doch nicht bringen. Du musst doch mal rausgehen. Die spanische Küche. Die spanischen Restaurants. Das kann doch nicht sein, dass du dir jeden Morgen irgendwie ein Toastbrot machst. Abends eine Pizza kommen lässt. Und das war deine kulinarische Reise nach Spanien? Vor allem, sie hatten ja nicht mal die Ausrege gehabt, dass die irgendwie abseits gewesen wären, wo es keine Restaurants rausgibt. Sondern die waren ja... Die waren drei Straßen weiter von uns. Die waren ja noch näher an dem Platz mit den ganzen Frühstücksrestaurants als wir. Ja. Und wir waren schon da. Also wir sind da drei Minuten hingelaufen und die sind eine Minute da hingelaufen. Also ich konnte das nicht glauben, als ich das gehört habe. Ich fand das so traurig. Also Spanien hat so viele coole kulinarische Sachen zu bieten. Und dann bestellen die sich immer eine Margarita-Pizza. Oder Five Guys oder... Ja, da habe ich gesagt, nee, heute Abend nach der Messe, Freunde. Gehen wir ins Duke. Da weiß ich, dass geil ist. Und das hat erstmal Überredungskunst gebraucht. Das habe ich lange für gebraucht. Ja. Aber alle, abgesehen von Moritz, der sehr, sehr besonders ist, was Essen angeht. Der isst basically nur das, was seine Freundin kocht. Das isst er dann auch. Oder Margarita-Pizza oder Pommes. Ja. That's it. Das ist seine Ernährung. Also was nicht Frühstück angeht. Ja, auf jeden Fall habe ich sie dann überreden können. Und die anderen Jungs waren dann auch sehr, sehr happy mit der Entscheidung, dass wir dann mal Spanisch essen gehen. Und dann kam Sandro-Gate. Historia-Gate. Historia-Gate. Ja. Was ist passiert? Ja gut, wir haben da entspannt gesessen. Haben alle... Ne, das war glaube ich der Abend, wo ich keinen Nachtisch hatte. Marv hat auch einen Nachtisch. Deswegen dann ausfallen lassen, weil ich alleine essen wollte. Und dann saßen wir noch gemütlich da, haben jeder noch unser Getränk ausgetrunken. Und am Vorabend war es ja schon so, Historia, und da haben wir noch jeder einen Drink bekommen. Das fand Sandro anscheinend sehr, sehr cool. Und deswegen hat er wieder Historia gesagt. Und dann kam das erste Getränk. Es sollte ein Shot sein. Es war in keinem... Also wir dachten halt, dass das ein kurzer nach dem Essen ist. Genau. Weit gefehlt, Freunde. Ja, es war Limoncello, glaube ich. Limoncello, ja. In einem Wasserglas. In einem Wasserglas. Und auch, selbst wenn es ein Wasserglas wäre, wenn es nur so ein bisschen wäre, wäre es ja okay. Aber das wäre wirklich ein gutes Drittel war das gefüllt. Ja, dann haben wir das erstmal getrunken. Und dann ging es erst richtig los. Dann kam Amaretto-Gate. Ja. Man muss dazu sagen, wir haben tatsächlich zum Essen schon mal ein paar Cervezas getrunken. Ja. Und ja, der Kellner kam dann einfach mit so einer Amaretto-Flasche in der Hand und hat einfach jedem konsequent, sobald das Glas leer war, nachgeschenkt. Und so waren, glaube ich, innerhalb von einer halben Stunde zwei Amaretto-Flaschen leer. Ja. Wir waren einige Leute, also das hat sich schon gut verteilt. Aber, also ich war, ich würde sagen, leicht angetrunken, weil mir ging es tatsächlich. Ja, sehr. Aber der eine oder andere in der Runde, der war auf jeden Fall... Gut dabei. Sehr gut dabei. Wir wollen jetzt keine Namen nennen oder was da noch so passiert ist, aber es war noch sehr, sehr amüsant. Ja. Sehr, 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 sehr amüsant. Es war sehr witzig, ja. Also Marvin und ich haben Tränen gelacht teilweise. Ja, 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 ja. Das war wirklich... Boah, da hatte ich den Lachflash des Übergrauns. Ich glaube, das war die lustigste Situation in der ganzen Zeit in Spanien. Oh ja. Das war wirklich der Wahnsinn. Ja, und dann sind wir halt auf die Idee gekommen, dass wir einfach nochmal zum Timose fahren. Genau, wir wollten noch eine Pfeife rauchen. Dann haben wir halt die Frage, bei uns oder bei denen. Dann haben wir gesagt, bei denen, weil die eine coole Dachterrasse haben mit einem Mini-Pool, wo dann im Endeffekt niemand drin war außer Sandro. Aber hey, wir saßen am Pool und da haben wir noch eine Pfeife geraucht. Dann sind wir heim und dann waren wir schlafen. Und dann war schon Sonntag. Ja, dann waren wir schon Sonntag. Und das war ja schon der letzte Tag. Ja. Ja. Von der Messe, meine ich. Von der Messe, genau. Der letzte Messe-Tag. Wir hatten ja dann noch den Montag komplett. Ja, und Sonntag war dann eigentlich am Anfang, wie jeder andere Tag, erstmal aufstehen, gemütlich frühstücken gehen, ganz entspannt den ganzen Tag angehen lassen. Ich weiß nicht, wir haben, glaube ich, auch sonst nichts mehr gemacht, sind dann relativ zeitnah wieder ins Airbnb. Ja. Haben uns mittags noch Tostadas. Frühstück, ein bisschen bummeln. Genau, Tostadas haben wir in einem sehr coolen Laden gefunden. Nee, nicht Tostadas. Empanadas. 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 So rum, ja. Empanadas sind so argentinische Teigtaschen, die mit Fleisch gefüllt sind. Das ist praktisch so ein Snack für zwischendrinne. Genau. Da holst du dir so zwei Empanadas auf die Hand und dann geht's weiter. Und da hat eine Empanada zwei Euro gekostet und die waren der Wahnsinn. Wir hatten am ersten Tag schon mal Empanadas in so einem Fancy-Laden. Da hat eine irgendwie drei Euro 50 gekostet und die waren gut. Und dann haben wir den anderen Laden gefunden und die waren überragend. Und das für nur zwei Euro pro Stück. Plus, wenn du irgendwie zehn genommen hast, hast du die Elfte noch umsonst bekommen und so. Also, es war killer. Ja. Dann haben wir schön Empanadas reingefuttert. Ja, und dann kam auf jeden Fall auf einmal die Nachricht von Johannes. Nee. Nee, hast du geschrieben? Ich hab geschrieben. Ach, du hast es geschrieben? Ja. Ich hab in der Story gesehen, dass die einen geilen Pool haben. Ah, so war das. Und dann hab ich dem Johannes einfach geschrieben, ey, können wir mit bei euch am Pool chillen? Und Johannes so, ja, kommt vorbei. Wir fahren halt um 16 Uhr auf die Messe, aber wir lassen euch den Schlüssel da, macht danach einfach zu, kommt auf die Messe. Und dann sind wir da hingefahren. Man muss halt dazu sagen, dass wir Samstag theoretisch noch bei Team Shades eingeladen gewesen wären. Aber das haben wir leider zeitlich einfach... Ja, das wäre zu eng geworden mit Meister. Genau, und da haben wir gedacht, nehmen wir das doch am Sonntag einfach mit. Ja. Haben dann Badehosen angezogen, Sachen gepackt, die wir für die Messe brauchen. Und dann sind wir eigentlich auch relativ zeitnah dann, also nachmittags zu Team Hukain gefahren. Zeitnah. Grüße gehen raus an Mo. Es war, glaube ich, eine Fahrt von 20 Minuten oder sowas. Ich glaube, 15. 15? Ja, ja, es war nicht so lang. Ja, und das Haus von Team Hukain, als wir da angekommen sind, sah von außen sehr rustikal aus. Ähm, so sehr, ja, altbacken ist das falsche Wort, aber wirklich sehr altmodisch. Klassisch. Ja, klassisch. Klassisch spartisch. Klassisch andalusisch gehaltenes Haus. Hohe Wände, alles verfließt, viele Mosaike mit den Fliesen in den Wänden und Co. Also schon sehr, sehr oldschool, aber für die Region sehr, sehr schön. Ja. Und das sah von außen erstmal relativ klein aus. Und das Haus war auch nicht besonders groß oder so. Also es war jetzt nicht irgendwie super fancy und eine riesige Villa. Es war so ein normales andalusisches kleines Wohnhäuschen. Ja. Mit einer Küche, ein paar Schlafzimmern und einem riesengroßen geilen Outdoor-Bereich. Weil, auch wenn das Grundstück nicht so breit war, vielleicht 15 Meter oder so, das ging bestimmt 300, 400 Meter nach hinten. Also das war eine Reise zum Pool, die du da durch den Garten führen musstest. Wir haben dann erst Pfeifen-Ready gemacht und sind dann, also es gibt eine Veranda, wo Sitzmöbel sind. Dann gibt es einen Rasengarten. Dann gibt es einen Beetgarten. Und dann kommt der Poolgarten. Getrennt durch zwei verschiedene Treppen. Also Rasengarten, Treppe hoch, dann bist du in diesen Beetgarten. Und dann nochmal eine Treppe hoch und dann bist du eigentlich erst am Pool. Das war barfuß auf jeden Fall eine Challenge, weil die Füße sind auf dem Weg gut verbrannt. Meine Füße haben abends wehgetan. Ja, meine auch. Wir haben uns eigentlich immer nacheinander in den Schatten von den Büschen dann immer gerettet. Wir sind immer so, schnell, 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 Pause im Schatten. Schnell, 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 Pause im Schatten. Ja, und dann hatten wir eine kleine Pool-Session. Ja, dann haben wir noch Pool-Nudeling erfunden. Pool-Nudel-Meisterschaft, Weltmeisterschaft. Pool-Nudel-Weltmeisterschaft haben wir gemacht. Also Schweinchen in der Mitte, nur der in der Mitte, weil Fangen wäre zu einfach gewesen. Oder halt unmöglich, wenn man dementsprechend geworfen hätte. Haben wir Pool-Nudeling erfunden. Dann musste der, der in der Mitte im Pool war, den Ball mit der Nudel, mit der Pool-Nudel abfälchen, so sehr, dass er ihn dann fangen konnte. Ja. Und das haben wir dann gefühlt eine Stunde gespielt. Dann haben wir noch ein bisschen Pfeife geraucht und dann war es auch schon wieder Zeit für Messe. Ja, haben wir es dann fertig gemacht. Und dann ging es eigentlich auch von da aus relativ straight zur Messe. Plan für die Messe war eigentlich mit allen, wo wir noch nicht waren, ein gemütliches Pfeifchen zu rauchen. Hat auf jeden Fall sehr gut geklappt. Ja. Also eigentlich wollten wir überall bei den Deutschen, die wir so kennen und bei den anderen, die wir kennengelernt haben, einen Kopf rauchen. Wir wollten nicht so viel Zeit verbummeln. Ich habe dann aber erst mal Zeit verbummelt. Also nicht wirklich verbummelt. Ich habe halt noch die Fragerunde offen gehabt vom Samstag und die wollte ich halt noch machen. Deswegen habe ich Alex und Sandro direkt gesagt, Jungs, ich mache jetzt erst mal meine Fragerunde, bin da ein bisschen rumgelaufen, habe da immer ein bisschen bei gefilmt und habe halt die Fragen auf Insta beantwortet, die ihr so hattet. Ja. Ja. Und danach sind wir dann zu Holster. Da haben wir ein Köpfchen bei Holster geraucht, auch sehr coole Gespräche gehabt, ein schönes Köpfchen Grab Mint geraucht, wie sich das gehört bei der Hitze. Sehr laute Atmosphäre. Ey, also wenn ich eine Sache bei Holster wirklich kritisieren soll, die, oh, das war aber knapp hier. Holster hatte einen sehr coolen Stand und die Jungs waren richtig gut drauf, aber die sind so geisteskrank eskaliert, was die Musiklautstärke angeht. Also wenn du an den Boxen vorbeigelaufen bist, hast du wirklich gedacht, du hättest einen Hörsturz. Man musste sich wirklich konsequent anschreien. Das ist aber irgendwann auch dem Nino so sehr auf den Sack gegangen, dass der gesagt hat, der soll leiser machen. Ja. Aber das war wirklich schlimm laut. Er hat es auf jeden Fall gefühlt, der DJ. Ja, aber ich finde es wirklich unglaublich anstrengend. Ich würde mir wirklich wünschen, wenn ich das entscheiden könnte, dass das einfach leiser wird. Ja. Es gab sogar die Regel 65 Dezibel, kann mir keiner erzählen, dass das 65 Dezibel waren. Weil an den Parts von der Messe, wo es ruhiger war, war es auch so unglaublich viel angenehmer. Ja. Wir sind dann nach einer Stunde Köpfchen rauchen und quatschen bei Holster von diesem Stand weggelaufen und meine Ohren waren so, Gott sei Dank ist das vorbei. Ja. Also die Musik war cool, das Feeling war cool, aber es war wirklich einfach zu laut. Ja, vor allem, wenn du dich halt unterhalten willst. Dann musst du dir ja vorstellen, wir haben uns ja wirklich noch zusammengequetscht, dass wir uns verstehen gegenseitig. Ja, und das bei der Hitze und dann laufen da noch Pfeifen. Also es war wirklich, also von der Musiklautstärke Katastrophe. Peace, change, peace. Ja, und dann wollten wir eigentlich noch bei Nameless den Black Nana probieren. Da war, aber da war die leider nicht am Stand. Ja, der Vadi ist der Chef von Nameless und der kam irgendwann zu mir und meinte so, Marvin, du musst Black Nana nochmal eine Chance geben. Ich habe ein neues Rezept. Da meinte ich so, ja, okay, wir kommen dann vorbei und rauchen dann ein Köpfchen bei euch. Und dann sind wir auch irgendwann zu dem Stand gelaufen und wollten da ein Köpfchen rauchen. Und dann war da so eine spanische Messe-Hostess. Und ich wollte die halt fragen, wo der Vadi ist und wann er eventuell wiederkommt. Und die hat uns mit dem Todesblick gestraft, dass sie aufstehen musste. Das war wirklich, also das war das unfreundlichste Erlebnis, was ich in ganz Spanien hatte. Oh, stimmt. Stimmt. Es gab noch ein anderes. Ein anderes gab es noch. Okay, das ist sogar noch schlimmer. Aber auf jeden Fall so, weißt du, sie arbeitet da, verdient ihr Geld damit, dass sie an der Messe da arbeitet. Und ich wollte sie nur eine Frage fragen. Und diese Reaktion, also es ist wirklich absolut unhöflich. Wenn ich auf einer Messe arbeite und jemand hat eine Frage, dann versuche ich die doch nett und gescheit zu beantworten. Und der Blick von der, da war ich schon so, komm, setz dich wieder hin, halt deinen Maul, red gar nicht mit mir, dann gehe ich halt weg. Ist mir egal. Hoffentlich, es war eine negative Ausnahme. Die meisten Leute waren extrem cool drauf, extrem freundlich, haben sich mega gefreut, wenn man zum Stand gekommen ist. Und das kann ja auch nichts dafür. Ja, das war ja irgendeine Spanische aus Test, die wissen ja nicht, wie die drauf ist. Ja, klar. Aber die war, also die hätte, wenn ich, wenn mir dieser Stand gehören würde, hätte ich an dem Punkt gesagt, pack deinen Scheiß, Fahrheim. Ja. So jemanden will ich nicht, dass der meine Marke repräsentiert auf einer Messe. Ja, die anderen waren immer gut drauf, immer versucht zu kommunizieren, selbst wenn du das nur so mit Bruchteilen geschafft hast. Ja. Immer versucht zu helfen, aber das war wirklich, das war echt schlimm. Das war schon krass. Oder bei der Wadi auch leider nicht da und dann sind wir halt weiter, weil die Messe hat sich dann halt langsam dem Ende zugeneigt. Genau. Ja, dann, wie du schon sagst, war es langsam Ende der Messe. Wir haben dann auch Ali und Janneke getroffen mit Freundinnen und da haben wir kurz gequatscht und die wollten kurz essen gehen. Und da hat Marvin die beiden geinfluenced bezüglich Duke, weil die Jungs haben es auch nicht geschafft, oft essen zu gehen, haben auch relativ viel bestellt, weil es halt für die auch lange Tage waren. Hatten ja auch das Takeover am Samstag, was auch noch ein bisschen gedauert hat. Takeover bedeutet, die haben Storys auf dem Shisha-Messe-Account für die Shisha-Messe gemacht. Und da haben wir gesagt, komm, gehen wir einfach eine kurze Runde essen in Duke, dass wir nochmal eine Stunde auf der Messe haben. Ja, dann laufen wir so ganz gemütlich hin und sehen, ja, das Duke ist zu. Das war Sonntag, es waren Wahlen, deswegen hatten die ganzen Restaurants leider geschlossen gehabt. Und dann waren wir alle ein bisschen traurig, weil natürlich Ali und Janneke hätten das gerne probiert, gerade nach dem ganzen Schwärmen von Marvin. Und da haben wir gedacht, gehen wir halt ins Boho-Grill. Ist direkt nebendran, Hauptsache wir kriegen was zu essen und können dann nochmal auf die Messe. Boho-Grill war leider full, weil natürlich es hat nichts offen, dann ist der komplett voll gewesen. Die Kellnerin hat aber gesagt, ihr könnt euch auch ins normale Boho in die Bar setzen, also das ist getrennt, einmal Boho-Grill, einmal Boho-Bar. Und du kannst aber auch im Boho-Lounge Boho-Grill bestellen. Das heißt, wir haben uns da hingesetzt, haben jeder erstmal was zu trinken bestellt und wollten dann Essen bestellen. Ja, die Kellnerin kam und der Gonzalo hat erstmal mit ihr irgendwas auf Spanisch geredet, haben das alle nicht so ganz verstanden. Bis dann irgendwann rauskam, dass das Essen, wenn die was bestellen wollen, 40 Minuten mindestens gebraucht hat. 60. 40 bis 60. Ich weiß nicht, wo du die 40 immer hernimmst, die hat 60 gesagt. Ich meine 40 bis 60 hätte er... Okay, also ich bin mir ziemlich sicher, dass sie einfach gesagt hat, eine Stunde. Okay, nee, also ich hab irgendwie im Kopf 40 bis 60 Minuten, je nachdem, was wir bestellen. Weil, dass die Vorspeisen irgendwie 40 Minuten brauchen oder die Hauptspeisen 60. Auf jeden Fall viel zu lange für... Also unser Plan war, wir gingen kurz eine halbe Stunde essen und gehen wieder auf die Messe. Ja, und dann saßen wir alle da, etwas traurig, haben dann die Rechnung auch relativ schnell bestellt, weil es hätte sich einfach nicht gelohnt. Und wollten dann eigentlich wenigstens kurz bei Maggis vorbei, auf dem Weg waren Maggis. Kurz irgendwie zwei Burger auf die Hand und auf die Messe. Dann laufen wir da vorbei. Ich hab noch nie so einen vollen McDonalds gesehen. Ja, gut, Sonntagabend machen die Restaurants in Zivil halt relativ früh zu, außer Maggis. Viele Leute sind auf der Messe, viele Leute haben danach Hunger. Ja, klar. Wenn er nur sehr, sehr wenig auf hat, dann sind halt genau die, die noch auf haben, sehr, sehr voll. Dann haben wir halt gesagt, okay, komm, dann scheiß drauf. Dann sind wir wieder auf die Messe gegangen, haben eben noch nichts gegessen. Und dann sind wir zum Abschluss der Messe nochmal zu Gaiin gegangen. Das war eine andere Eskalation, was da abging. Also ich freue mich schon drauf, wenn ihr es dann im Video seht, weil beschreiben kann man das eigentlich fast gar nicht, außer Menschenmassen vor dem Hukain stand, weil Hukain die restlichen Sachen, die nicht verkauft wurden, dann verschenkt hat. Also bevor die halt wieder irgendwie ein paar tausend Euro für eine Palette bezahlen, um die nach Deutschland zu schicken, das Geld kriegst du eh nicht mehr raus, haben die die, weiß ich nicht, was hatten die noch, 30, 40 Köpfe oder so, haben die dann eben verschenkt am Ende der Messe. Und die Spanier lieben Geschenke. Hat man ja gerade am Anfang schon ein bisschen geteasert. Und die sind wirklich ausgerastet. Die haben geschrien, die haben geklatscht, die haben auf der Theke rumgetrommelt, dass sie da nicht drüber geklettert. Also es war wirklich, wenn du Walking Dead gesehen hast, mit so einer Zombie-Horde, die irgendwie so ein Gehirn riecht, was hinter einer Mauer ist, und die da alle so, alle, 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 wir gehören. Du hast so einen Kopf in der Hand, die haben dich zugerufen, die haben... Die sind komplett ausgerastet. Also es war übertrieben geil, muss man dazu sagen. Es war nicht so eine, oh wow, die wollten alle Köpfe umsonst, sondern es war so, Digga, die haben richtig Bock, die sind richtig am Start, die sparen. Ja, die Atmosphäre, das war geisteskrank. Ja, und dann habe ich auch noch ein paar Köpfe verteilt, und ich hatte halt den Vorteil, ich konnte immer so mit meiner Hand, wenn ich so groß bin, so von oben rein und die Köpfe immer dahin verteilen, wo ich sie hin verteilen wollte. Oh, das war... Und dann kamen immer die ganzen Hände und waren so, ah, ich will den Kopf, ich will den Kopf. Und dann bin ich wieder zurückgezogen, bis die Kraft haben, so, okay, da gibt es der Person, der es geben wollte, und dann habe ich das schön verteilt. Ja, das war bei mir, glaube ich, das größte Problem, als ich ein paar Köpfe in der Hand hatte. Und dann meinte Emre zu mir so, nicht an die erste Reihe, die haben schon alle. Ja. Und dann wollte ich auch an einen in der dritten Reihe oder sowas nach hinten geben, und die ganzen Hände kommen auf einmal, und ich so, äh, äh. Ich habe ganz bewusst auch ein bisschen an die hinteren. Ja, genau. Nicht so die, die vorbeigelaufen sind, aber die so ein bisschen weiter hinten waren. Genau. Ja. Ja, und dann war irgendwann alles weg. Und dann standen die noch fünf Minuten, und dann haben die gemerkt, okay, da sind keine Köpfe mehr, dann gehen wir jetzt. Ja, und dann haben die Jungs auch sehr, sehr schnell angefangen abzubauen, und die haben noch ein schönes Gruppenfoto gemacht. Ja, das auf jeden Fall. Mit komplett Team Hukain und noch vielen, vielen anderen von der Messe. Das war auch sehr, sehr cool. Und das hat sie auch in meinen Insta-Post geschafft. Und bei dir auch in deinen Insta-Reel, ne? Nein, nicht ins Reel, sondern als, äh, Titelbild vom Reel. Ah, okay. Genau. Ja, und dann, äh, Kumpf wurde noch gemacht, und Gonzalo hat uns gesagt, der kann uns leider nicht fahren, weil er muss am nächsten Morgen arbeiten. War ja Montagmorgen, ne? Genau, das heißt, Marvin und ich haben noch die restlichen Sachen aus dem Auto geholt, weil Max und Sandro wollten noch ein bisschen auf der Messe bleiben, mit den Jungs von Ukraine abbauen, helfen und alles. Ja. Wir beide hatten Hunger und haben gesagt, wir würden dann auch ins Airbnb noch ein Köpfchen rauchen, weil wir am nächsten Morgen natürlich früh raus mussten, wegen Abgabe. Ja. Aber wir haben ja noch nichts aufgeräumt, ne? Das heißt, wir mussten alles aufräumen und wie gesagt, Messe ging bis zwölf. Das heißt, wir wussten da schon, wir müssen noch was essen, wir müssen noch aufräumen und wir müssen morgen um zehn raus. Genau, und wir mussten noch nach Hause kommen. Und wir mussten noch nach Hause kommen, weil der Gonzalo uns nicht fährt. Was wir auch erst fünf Minuten vor Messeende erfahren haben. Genau. Der Sandro meinte so, ja, der Gonzalo hat mir das schon mittags gesagt. Ja, danke Sandro, dass du uns da Bescheid gesagt hast, weil wir wussten es nicht. Weil Marvin und ich haben davor nämlich erst mal angefangen zu diskutieren, fahren wir jetzt mit Gonzalo nochmal durch den Drive-In von McDonalds oder bestellen wir was nach Hause? Und dann Sandro so, ja, Gonzalo kann gar nicht fahren. So, ah, perfekt. Dann war die Diskussion, ob wir durch den Drive-In laufen, weil der McDonalds an sich nicht ja offen hat, oder halt was bestellen. Dadurch, dann haben wir uns die Globo-App runtergeladen. Und da stand noch drin, dass man was bestellen kann. Ja, und dann dachten wir uns, gut, dann fahren wir heim. Genau. Also haben wir uns ein Airbnb gerufen. Ach, Airbnb, Digga, ein Uber. Genau. Wir haben uns ein Airbnb gerufen und sind dann ins Uber gefahren. So sieht's aus. Ja. Wir haben uns dann ein Uber gerufen. Das war dann auch sehr schnell da. Also sind dann gut gesprintet von der Messe. Und dann war noch einer auf dem Parkplatz, der kam so zu mir und meinte so, ey, du hast mir gerade den, also irgendwas auf Spanisch, ne, so. Ich so, alles klar, Bruder, kannst du doch mal langsam sagen. Dann habe ich verstanden, was er von mir wollte. Und das war einer von den Leuten am Hukain-Stand, denen ich dann so einen Kopf gegeben habe. Dann hat er sich total gefreut. Ich glaube, der ist jetzt auch Follower auf Instagram. Ja. Und dann sind wir zum Uber und dann hatten wir eine marokkanische, sehr, sehr liebe marokkanische Frau. Also sie war eine relativ junge Frau. Ich weiß nicht, irgendwas zwischen 20, 30 würde ich auch sagen. Und da haben wir auch erst mal erfahren, dass Uber in Spanien eher wie ein Taxiunternehmen auch aufgestellt ist. Also man ist angestellt bei Uber. Es ist nicht einfach so, dass du die Uber-App aufmachst und sagst, so, jetzt fahr ich rum. Also ein bisschen wie in Deutschland. Aber das wussten wir vorher nicht. Vor allem für die Preise war es halt. Ja. Also von immer so eine Fahrt, Messe nach Innenstadt, hat so ungefähr 10 Euro gekostet. Ja. Also absolut in Ordnung. Wenn du das noch durch zwei teils, fünf war. Also wenn du in Deutschland ein paar Meter mit einem Bus oder einer S-Bahn fahren willst, zahlst du auch schon fünf war. Ja. Und dann hast du kein Klimatisierendes Auto, was dich genau dahin bringt, wo du hin willst. Genau. Ja. Wir hatten noch so einmal Vape-Dinger einstecken. Für die Messe waren die halt leider schon sehr praktisch. Wenn dann irgendwann der Akku von meiner, also ich habe ja so eine kleine Vape, die wieder aufladbar ist, weil ich das mit dem ganzen Müll und diesem Wegwerf-Scheiß eigentlich nicht mag. Aber bevor ich gar nichts rauchen konnte auf der Messe, habe ich mir dann so ein Einmal-Vape-Ding geholt. Ja, vor allem mal bezahlt. Da hatten wir auch noch jeder eins von ihr in der Tasche. Ja. Und wir hatten dann mit der, mit unserer Oberfahrerin ein bisschen gequatscht. Die meinte so, ja, die mag die Dinger auch total und so. Dann haben wir das als Trinkgeld, haben wir jeder noch so eine Vape gegeben. Ey, die hat sich so gefreut, dass er wirklich ab nochmal ist. Das ist super süß. Ja. Also die hat sich gefreut, als hätten wir da gerade 1.000 Euro in die Hand getrunken. Ja, also das ist jetzt gar nicht mal so krank. Naja, sagen wir 100 Euro. Ja. 100 Euro. Ja. Aber es war auf jeden Fall sehr, sehr süß. Ja. Und dann sind wir ins Airbnb gefahren. Genau, und dann sind wir angekommen, ich habe die Klobe-App aufgemacht. Wir haben den Masterplan. Einer macht Köpfe, einer macht Essen. Und du warst der, der Essen machen musste. Genau, dann habe ich mich hingesetzt, habe die Klobe-App aufgemacht, habe geguckt, was gibt es denn noch. Und dann stand auf einmal, also wie gesagt, im Uber habe ich doch geguckt, da hätte man überall noch bestellen können. Und wir haben gedacht, bevor die zu früh da sind, bestellen wir einfach zu Hause, dann kann einer Köpfe fettig machen, einer bestellt. Ich mache die Klobe-App auf und steht überall nur Pre-Order. Ja. Alles zu. Schedule for tomorrow. Ja. Nein, ich brauche jetzt Essen. Wir konnten nichts mehr bestellen. Und dann, wir beide schon komplett am Verzweifeln, weil wir echt cool haben. Wir hatten so Hunger. Wir hatten nur die Empanadas gegessen. Ja, wir haben den ganzen Tag nur jeder irgendwie zwei Empanadas gefüttert. Ja. Und dann habe ich geguckt, Restaurants in der Nähe einfach gegoogelt. Und dann stand da, es war halb eins, da stand da die Pizzeria um die Ecke bei uns. Direkt irgendwie zwei Meter von unserem Airbnb-Fan hat noch 20 Minuten auf. Ja. Dann habe ich gesagt, Marv willst kurz Pizza holen, ich mache Köpfe und Pfeifen ready. Ja, und dann bin ich losgespründet, habe mir mein Portemonnaie geschnappt, bin runtergerannt, habe noch Google Maps aufgemacht, weil ich ja noch gar nicht wusste, welche Pizzeria. Ich hatte von Alex die Info, Pizzeria, Nähe, ein Uhr. Und als ich los bin, war es irgendwie 20 vor. Dann war ich um Viertel vor bei dieser Pizzeria und stand da so ein Typ drin. Ich renne rein und sage so, kann ich noch zwei Pizzas bestellen? Bitte, es hat alles andere zu. Bitte, du musst uns Essen geben. Und er so, warte. Ich so, okay, aber ich muss nur wissen, könnt ihr oder könnt ihr nicht? Weil ansonsten muss ich weiter rennen und gucken, ob noch was bis ein Uhr auf hat. Warte. Und geht einfach raus. Der stand hinter der Theke. Geht einfach raus. Und ich war so, hä? Was heißt das? Und auf einmal ruft der draußen rum. Irgendeinen Namen gerufen. Und dann bin ich auch raus, weil ich gucken wollte, was da abgeht. Und kriegen wir noch Essen oder kriegen wir kein Essen? Und dann kam um die Ecke mit einer Kippe in der Hand der Pizzabäcker gelaufen. Und dann hat der den noch so... Da haben die ja kurz diskutiert, aber gar nicht negativ, also nicht irgendwie böse. Und dann meinte er, ja, okay, geht klar, wir machen ja noch zwei Margarita. Und ich so, Gott sei Dank. Und zwei Familienpizzen sogar. Ja, ich habe richtig große genommen. Ich wusste ja nicht, wie groß die sind. Und eine große Pizza hat, was 27 Euro hätte es gekostet, also wäre es 13,50 für eine große Pizza. Und dann dachte ich, ja, ich glaube, Alex und ich sind schon in der Lage, gerade so eine 13-Euro-Pizza zu essen. Machen wir. Immer zwei Familienpizzas. Die Spanier haben auch ja oft eher kleinere Portionen und dafür mehrere. Und dann wusste ich halt nicht und dann wollte ich aber auch nicht zu wenig nehmen, weil wir hatten ja keine Chance, noch was zu kriegen. Dann hatte ich mir lieber zu viel als zu wenig, weil eine Pizza am nächsten Tag essen, ja, mein Gott, gibt Schlimmeres, ne? Ja, auf jeden Fall hat er dann auf einmal diese Pizza-Form geholt und ich habe gemerkt, okay, das ist wirklich eine Familienpizza. Also es war schon wie in Deutschland so eine Maxi-Pizza, würde ich sagen, so 40 Zentimeter oder so. Auf jeden Fall. Und ja, dann haben die die Pizza gemacht, habe ich die geschnappt, habe denen noch drei Euro Trinkgeld gegeben. Was viel ist, weil man eigentlich in Spanien nicht so richtig eigentlich Trinkgeld gibt. Ist meistens mit einberechnet. Meistens ist es mit einberechnet, ja. Und gerade bei so einem Take-Away-Ding ja sowieso nicht, egal, die haben mich auf jeden Fall gefreut. Wir waren sehr lieb, die Jungs, sind auf jeden Fall jetzt Brudis. Und dann bin ich rüber und dann haben wir jeder so eine Dreiviertel-Familienpizza weggedrückt. Oh, die war auch so gut. Die war wirklich lecker. Also wenn du in Deutschland so verzweifelt um ein Uhr nachts kurz vor Ladenschluss noch eine Pizza holst, ist es meistens scheiße. So, ja, du hast was im Bauch, aber es ist meistens scheiße. Und dann war es aber besonders gut, dass wir die Familienpizza genommen haben, weil ich habe Sandro und Max noch geschrieben, holt euch was bei Magis, hier ist alles zu. Und die dann so, ja, perfekt, wir sind gleich da. Ja. Gut, aber Alex und ich hatten jeweils drei Stückchen über. Der Max ist sowieso so gut wie gar nichts. Der hat dann gefühlt anderthalb Stück Pizza gegessen und war dann satt. Ich weiß nicht, wie sowas funktioniert, aber... Ich kann es auch nicht verstehen. Nee, aber ihm reicht das, dann ist das okay. Und dann hat der Sandro noch irgendwie fünf Stück, beziehungsweise viereinhalb Stück Pizza gegessen und dann waren wir alle satt und glücklich und haben geraucht und dann waren wir noch glücklicher und dann sind wir zu Bett gegangen. Ja, vielleicht noch an dem Tag, da war nämlich unser Frühstückserlebnis, was wir gerade kurz ausgelassen haben, das möchte ich vielleicht nochmal ganz kurz einwerfen, weil an dem Tag war man nämlich gar nicht frühstücken, da hatten wir nur die Empanadas, weswegen wir auch so Hunger hatten, weil wir haben gedacht, komm, wir kennen die Restaurants an dem Platz, wir laufen einfach ein bisschen rum und gucken, wo uns Sinn führt, Wir suchen nochmal was anderes, noch ein bisschen mehr Erfahrung. Und dann sind wir... Mehr Erfahrung haben wir bekommen. Ja, sind wir in so eine kleine Seitengasse, sah super schön aus, alles so ein bisschen verwinkelt, so mit Holzmobiliar, richtig schönes, kleines Restaurant. Haben wir gedacht, komm, da setzen wir uns hin, alles frei, irgendwie ein Platz war besetzt. Das Ding war halt, das waren so kleine Holztüchchen und Marvin hat sich auf einen Platz gesetzt und hat halt zwei Stühle ausgefüllt. Ein Stuhl, aber den Tisch halt vor allem. Zu 75, 80 Prozent. Bei mir das Gleiche. Also man hätte höchstens ein Kleinkind neben mich bekommen. Man muss aber dazu sagen, dass dieses Restaurant komplett leer war. Also ein Tisch von 15 Tischen um uns rum war noch besetzt. Also dachten wir uns, gut, dann setzen wir uns einfach zwei an den Tisch und zwei an den Tisch, der 50 Zentimeter rechts davon saß. Und dann kam die Kellnerin und meinte so, ihr seid vier Personen, ihr müsst an einen Tisch. Ein Tisch ist für vier Personen, also müsst ihr an einen. Und ich so, ja, Digga, guck dir das mal an, hier passen keine vier Leute dran. Nee, ihr seid vier Personen, ihr müsst an einen Tisch. Können wir nicht zwei Tische haben? Dann ist die vollkommen angepisst, weggelaufen, hat ihren Chef geholt. Und er auch so, ja, ihr seid vier Leute, ihr müsst an einen Tisch. Wieso ist das jetzt wirklich so ein großes Problem, dass wir in eurem leeren Lokal an zwei Tischen sitzen wollen? Wir wollten die gar nicht mal verschieben oder so. Die hätten gar nichts machen müssen. Wir wollten einfach nur zwei Leute an dem einen Tisch und zwei Leute an dem anderen Tisch. Und wenn das Ding komplett voll gewesen wäre, hätte ich natürlich verstehen können, dass die halt möglichst viele Leute da bedienen wollen. War aber nicht so. Das Ding war leer. Da waren 15 leere Tische um uns rum. Ja, dann hat der Typ widerwillig zwei Tische so zusammengeschubst. Da hat, also da, wir waren wirklich schon kurz davor zu sagen, alter, fick dich, du Bastard. Max war richtig angestigt. Max ist, also der Max ist wirklich einer der tolerantesten, liebsten Menschen. Also jede Art, also der ist, egal wie du bist, der liebt jeden und jedes Tier und alles. Der ist so liebenswürdig und liebesbedürftig. Wenn der Mann ausrastet wegen einer Ungerechtigkeit, dann kannst du dir sicher sein, da muss wirklich viel vorgefallen sein, dass er ausrastet. Und dann war der Max schon so, ne, wir gehen, ich hab keinen Bock auf die Scheiße. Und was soll das denn? Und wie intolerant sind die denn? Und wie unfähig sind die? Und ich mein, wir haben uns das auch alle gedacht, aber wir waren auch so, ja komm, scheiß drauf, bla bla. Naja, dann kam auf jeden Fall noch das I-Tüpfelchen. Die Kellnerin kam dann wieder, hat schon geguckt, als ob die uns gleich alle umbringen will. Hat uns die Menüs einfach so hingeschmissen auf den Tisch. Und das war der Punkt, wo wir gesagt haben, scheiß auf die Wichser, fickt euch mit eurem Drecksrestaurant. Wenn ihr so verachtend mit uns umgeht, so unfreundlich, so intolerant, dann scheiß drauf. Dann kriegt ihr keinen fucking Cent von uns. Und dann sind wir gegangen. Ja, und dann haben wir halt nirgendwo mehr Frühstück gefunden. Genau. Weil dann gab es nur noch ab 12 Uhr. Da war es dann leider zu spät. Genau, gab es dann nur noch überall Mittagessen. Dann haben wir gesagt, komm, bevor wir jetzt irgendwo Mittagessen gehen, dann lass uns lieber irgendwie Empanadas holen, entspanntes Pfeifchen rauchen. Deswegen haben wir dann am Tag nur die Empanadas gegessen. Genau, mittags. Ja. Dann waren wir schwimmen, dann waren wir auf der Messe und dann sind wir verhungert. Fast. Fast. Wenn es nicht für die zwei lieben Pizzabäcker gewesen wäre. Ja, und dann Montag, relativ früh aufgestanden. Der Max hat echt noch richtig gut aufgeräumt am Vorabend. Ja, ich habe mich gewundert. Ich habe das gar nicht mehr mitgekriegt. Ich bin dann nach dem Essen relativ zügig ins Bett, weil ich platt war. Und am nächsten Tag aufgestanden und dachte mir so, holy shit, ist schon fast alles weg. Ja. Also es war noch ein bisschen Pfeifen aufzuräumen. Das Wohnzimmer war schon komplett clean. Eigentlich schon noch Zimmer, ein bisschen Pfeifen fertig machen. Dann war schon go. Ja, also es hat echt super gut geklappt und super fix geklappt. Ja, und dann kam eigentlich auch schon relativ pünktlich um elf zwei... Naja, früher. Die waren schon um viertel vor elf da. Um elf, nee, elf doch ja. Um elf wäre nochmal Checkout. Und das waren ja auch nicht die Vermieter, die gekommen sind, sondern das war die Cleaning-Crew. Also Airbnb musste ja immer einmal wieder ready gemacht werden. So Bettwäsche und all so ein Zeug. Und da kamen zwei Mädels. Genau. Ja. Und dann sind wir da auch raus. Und dann war das so, dass wir beide einen Schlafplatz bei Hukain im Haus haben konnten. Die hatten noch ein Zimmer. Und Sandro und Max hatten sich noch für eine Nacht ein anderes Airbnb in Sevilla genommen. Die Hukainos waren ja so ein bisschen außerhalb. So 10, 15 Minuten außerhalb. Und deswegen haben wir gesagt, machen wir erstmal ein bisschen Sightseeing-Tour. Genau. Dann waren wir frühstücken. Und dachten uns, also Maxi hat gesagt, die können um 15 Uhr in das Hotel. Wir haben dann später rausgefunden, es war 12 Uhr. Und dann dachten wir uns so, okay, wir müssen irgendwas machen bis 15 Uhr. Und dann sind wir dann nochmal auf den Platz. Haben da sehr ausgiebig gefrühstückt. Sehr ausgiebig. Sind dann nochmal jeweils in zwei Zweiergruppen hoch auf dieses Setters. Also Setters heißt einfach Pilz. Das ist so ein Bauwerk, was so ein bisschen an den Pilz erinnert. Aber ich finde eigentlich nicht. Man kann, wenn man es weiß. Wenn man es weiß, dann kann man es rein interpretieren. Aber wenn du das Ding siehst, würdest du niemals sagen, oh, das sieht ja nach einem Pilz aus. Aber architektonisch auf jeden Fall super schön gemacht. Sehr, sehr schönes Ding, ja. Und da kann man halt auch hochgehen, so einen kleinen Rundgang machen. Und dann hat man einen sehr, sehr schönen Blick über das Zweier. Haben wir auch viele Fotos gemacht und Videos gemacht und so. Und das war cool. Und dann waren wir da fertig. Und dann sind wir zu den Jungs ins Airbnb, haben da unsere Sachen hin. Und dann kam eine Sache, die ich mit am schönsten fand an dem ganzen Trip. Wir haben uns nämlich dann mit der Uber-App kann man auch die Lime-Bikes anlocken. Und die Lime-Bikes sind auch noch E-Bikes. Und die sind tatsächlich relativ teuer, finde ich. Ich habe gar keinen Vergleich, muss ich ehrlich sagen. Also, ich habe auch keinen Vergleich. Aber ich finde, pro Minute 27 Cent für ein Fahrrad, fand ich schon viel. Wenn du dir überlegst, wie wir gefahren sind und dann immer 5 Euro für so eine Strecke bezahlt haben. Also hätten wir uns zu viert in einen Uber gesetzt mit einem Auto, wären wir günstiger gewesen. Aber ich muss sagen, ich würde es jedes Mal wieder machen. Ich auch, ich auch. Ich wäre auch noch viel länger rumgefahren, weil mit einem E-Bike durch die Straßen von Sevilla fahren. So ein bisschen außerhalb die Straßen, weil so City Center geht halt der Motor nicht, weil Fußgängerzone bla bla bla. Aber wir sind durch so schöne Straßen gefahren, wir sind durch so schöne Gassen gefahren. Und dann sind wir zum Plaza de España. Plaza de España. Genau, Plaza de España gefahren. Durch Sevilla war so nice. Der Park war auch wunderschön. Plaza de España. Kann man mal kurz halten, kann man sich angucken, kann man ein Foto machen, kann man auch weiter. Ist halt ein wunderschönes Gebäude mit einem kleinen Platz davor. Sieht schön aus, kann man mitnehmen, braucht man aber nicht viel Zeit für. Die Zeit würde ich dann lieber noch in dem Park verbringen, weil der ist sehr, sehr schön. Das ist wirklich eine Oase mitten in einer riesigen Metropole. Ja, du bekommst auch mitten im Park gar nichts vom Außengeschehen. Der ist wirklich mitten in der Stadt. Du hörst ganz leicht, wenn du dich darauf konzentrierst, so das Brummen von den Straßen. Aber wirklich ganz, ganz leise. Du hast dich teilweise wirklich gefühlt, als warst du im Amazonas mit den Geräuschen von den Tieren, die da waren. Mit den ganzen verschiedenen Bäumen und Pflanzen. Also wirklich wunderschön. Ja. Da haben wir auf jeden Fall ein bisschen Zeit verbracht, sind dann noch ein bisschen Fahrrad gefahren. Sandro wollte noch was für seine Freunde mitnehmen. Da haben wir uns dann ganz kurz aufgeteilt. Kurz bevor wir wieder ins Airbnb sind, bin ich mit Sandro noch ein bisschen durch die Stadt gelaufen. Haben nach einem Sockenladen gesucht. Und du und Max wollten eigentlich noch ein bisschen mit dem Fahrrad fahren. Aber das Airbnb war halt auch in so einer Fußgängerzone. Und wir waren praktisch genau am anderen Ende von der Innenstadt-Fußgängerzone. Und das heißt, mit dem Fahrrad hätten wir einmal komplett außenrum fahren müssen. Das heißt, wir sind irgendwie zehn Meter mit dem Fahrrad gefahren und haben dann gemerkt, Digga, das wäre einfach schlauer, wenn wir laufen. Also haben wir dann die Fahrräder wieder abgestellt und sind gelaufen. Ja. Wir haben uns wieder im Airbnb bei Max und Sandro getroffen. Haben noch kurz die Sachen zusammengepackt von uns beiden. Und dann ging es eigentlich auch direkt zu Team UKEIN. Genau. Und dann eingecheckt sind, haben alle noch gemütlich ein bisschen gechillt, ein bisschen Pfeife geraucht. Und sind dann abends nochmal in eine... Ich war nochmal im Pool mit Sandro. Stimmt, du warst nochmal im Pool. Und sind dann abends, wir hatten noch nicht so viel gegessen, in einer Empfehlung von Johannes. Ich glaube, das ist ein Lieblingsrestaurant. La Chosa de Manuela. Der Platz... Der Platz von Manuela? Nee, nicht der Platz. Die Hütte von Manuela. Die Hütte. Ja. Oh, das war... Ein unglaublich lokales Restaurant. Also in Sevilla selbst ist natürlich alles irgendwie so an europäische Standards ein bisschen angepasst. Es ist immer noch spanisch, aber du merkst schon so, da sind halt auch viele Touristen. Und auch wenn das jetzt nicht so eine Touristenfalle war, wo wir gegessen haben, du hast schon gemerkt, dass das was anderes war als so typisch einheimisches Essen. Ja. Und La Chosa de Manuela war genau das. Das war ein vollkommen... Also wie wenn du hier in so eine Gaststube gehst, so ein richtig uriges deutsches Restaurant. Das auf Spanisch, genau das war La Chosa de Manuela. Mit einer riesigen Karte. So eine geisteskrank riesige Auswahl an Essen. Und dann haben Alex und ich gesehen, dass sie Wagyu Beef haben. Ja. Für 32 Euro. Das kriegst du in Deutschland nicht mal roh für den Preis. Und dann haben wir gesagt, okay, weißt du was? Letzter Abend, letztes Essen in Spanien. Attacke, Digga. Let's go. Attacke. Und dann haben wir uns das beide bestellt. Und die Preise sind normal unglaublich, unglaublich günstig. Also Vorspeisen, zwei bis drei Euro. Ja. Und dann auch gute Portionen, ne? Also es ist dann so ein normaler Teller mit Kartoffelsalat drauf. Das ist wirklich, das ist ein normaler Teller. Boah, diese Knobisauce vom Kartoffelsalat, ne? Boah, die Kroketten. Das waren die besten Kroketten, die wir da in Spanien gegessen haben. Ja, die waren wirklich auch extrem geil. Und dann kam noch das Wagyu und das war auch geil. Und dann kam noch Nachtisch und der war auch geil. Also ich hab mir den Laden direkt eingespeichert in Google Maps. Wenn ich nochmal in Sevilla bin, weiß ich zu 100 Prozent, wo ich hingehe zum Essen. Das war super. Wir haben für vier Leute, jeder mit Getränken, mit vielen Vorspeisen. Wir haben sogar nochmal Vorspeisen nachbestellt. Wir hatten jeder einen Hauptgang. Wir hatten jeder Nachtisch. Und wir hatten beide Wagyu Bee für jeweils 32 Euro, das Stück. Also allein 64 Euro durch uns beide im Hauptgang. Und wir haben bezahlt 120 Euro. Ja. 120 Euro. Also geh mal in Deutschland in ein Steakhouse, bestell dir zwei Wagyu, zwei normale, Vorspeisen und Nachspeisen. Da bist du garantiert bei 300, 400 Euro. Safe. Also locker, locker. Allein, wenn du überlegst, das Steak im Ash, das... Ja, das eine, ein Kilo T-Bone Steak. Gut, das war jetzt kein Kilo Wagyu, aber trotzdem im Vergleich, da haben wir nur ein Steak gegessen. Gut, da muss man dazu sagen, dass wir zum Glück eingeladen waren. Wir haben uns jetzt nicht einfach so ein Steak für 100 Euro gezogen. Irgendwo gibt es da schon eine Grenze. Aber das Wagyu dort hätte auch 64 Euro, ein Kilo gekostet. Da gab es ja unten drunter nochmal, ich glaube, ein... Ein Kilo Wagyu 64 Euro? Kann ich mir nicht vorstellen. Da stand irgendwas mit einem Kilo. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann es mir eigentlich auch nicht vorstellen. Also wenn ein T-Bone, ein normales T-Bone, 100 Euro kostet, dann kostet ein Kilo Wagyu auf jeden Fall nicht 64 Euro. Ich weiß nicht, unten drunter stand irgendwas mit einem Kilo. Ich kann es aber spannend übersetzen. Ach so, du meinst, ich dachte, du redest vom Ash. Nein, nein, in Spanien. Ja, du hättest auch noch, du hättest auch noch, ja, das ist so eine Teilportion dann. Ich glaube, da stand auch dann Dos Personas oder so. Ja, ja, okay. Ich dachte, du bist beim Ash. Nee, nee. Weil da hat deswegen ja auch der Vergleich mit dem... Ja, egal. Okay. Hat sich aufgeklärt. Ich war gerade so, irgendwas stimmt hier nicht. Nee. Aber da macht Sinn. Ja, auf jeden Fall war das ein hervorragendes Essen. Dann sind wir wieder ins Airbnb gefahren, haben uns noch ein Pfeifchen angemacht, noch mit den Jungs gechillt. Dann sind Sandro und Max irgendwann wieder in deren Airbnb gefahren. Wir haben uns schlafen gelegt und Alex hat mich voll geschnarcht. Ich bin fast ausgerissen. Ich bin wirklich verzweifelt. Ich bin wirklich verzweifelt. Ich habe ihn irgendwann getreten. Also sein Fußende und mein Fußende standen so im 90-Grad-Winkel zueinander und wenn ich mich ein bisschen gestreckt habe, konnte ich ihn treten. Dann ist er auf der Seite eingeschlafen, ganz leicht geschnarcht, ganz süß und ganz süß geschnarcht, war noch akzeptabel. Wir hatten ja irgendwas, du hattest irgendein League of Legends? Nee, ein TFT-Video an. Wurde überspielt, war in Ordnung. Dann dreht er sich auf den Rücken. Ich habe noch nie jemanden so laut schnarchen. Wirklich. Also selbst wenn mein Vater auf der Couch früher eingepennt ist und vor sich hin geschnarcht hat, war das ein Witz dagegen. Und dann hatte ich irgendwann, am Anfang dachte ich so, konzentrier dich auf das Video, entspann dich, versuch einzuschauen und dann so, kick den Bastard, dass der aufwacht. Wenn der noch einmal, dann nimm das Kissen, tu es. Ey, ich bin nochmal aufgestanden. Ich war nochmal eine halbe Stunde unterwegs, weil ich nicht mehr konnte. Ich war kurz davor, mich draußen auf die Couch zu legen. Ich habe mich lieber in den Pool gelegt und geschlafen, als diese Geräusche weiter auf mich wirken zu lassen. Aber dann habe ich dich gekickt, sodass du aufgewacht bist. Dann hast du dich zum Glück umgedreht und dann war wieder das Leichte. Und dann ging es. Ey. Wie das deine Freundin aushält. Ich muss halt so zudenken, dass ich halt zusätzlich noch erkältet war. Das heißt wahrscheinlich... Ach ja, die Erkältung war jetzt schuld. Naja, nee, das ist wirklich ein Grund. Bestimmt. Beim Bloggerbeat mussten wir auch in einem Bett pennen und da war es kein Problem. Aber das war... Also das war wirklich gnadenlos. Ich habe mich gewundert, dass niemand sonst im Haus aufgewacht ist. So laut war das. Die Hunde haben es ja auch gehört wahrscheinlich, ne? Die Hunde haben es auch gehört, ja. Die Hunde waren auch ein Witz dagegen. Naja, auf jeden Fall haben wir es dann irgendwann geschafft einzuschlafen. Die Hukain-Jungs mussten sehr, sehr früh los. Das heißt, als wir aufgestanden sind, waren die schon alle weg und wir waren alleine im Haus. Dann haben wir noch kurz unsere Sachen gepackt. Ich habe dich erst mal gesucht. Ich bin aufgestanden, laufe durchs Haus und denke so, wo ist Marvin eigentlich? Ich war halt vor Alex wach und ich bin dann erst mal on Tour gegangen. Also ich habe mir mein Handy geschnappt und bin ein bisschen durch den Garten gelaufen. Dann wollte die Steuerberaterin noch was von mir. Das heißt, ich habe noch mit der telefoniert, habe dabei so ein bisschen die Füße im Pool baumeln lassen. Also die Arbeit mir so angenehm gestaltet, wie man sich die Arbeit nur angenehm gestalten kann. Und ja, dann bin ich irgendwann runter und der Alex so, wo warst du? Ich war nur im Pool. Ja, auf jeden Fall haben wir dann gepackt und dann, wir sind ja abends geflogen und wir haben uns dann gedacht, Ali und Yannick sind ja noch in El Puerto, das ist ganz in der Nähe von Jerez. Und wir fahren jetzt erst mal eine Stunde von Sevilla runter nach Jerez und dann dachten wir uns, vielleicht können wir noch mit den Jungs einfach in den spannten Kopf rauchen und dann von da aus weiter zum Airport. Und genau so haben wir es auch gemacht. Da sind wir die Jungs noch besuchen gegangen. Der Alex hat sich noch spontan dazu entschieden, einen Kopf von Ali einfach zu zerstören. Hat erst mal den Wandenberg gekillt. Den Zartgrün, den es sonst nicht mehr gibt. Den Zartgrün, den es eigentlich nicht mehr gibt. Ich habe zum Glück eine Seite gefunden, ich habe drei bestellt. Einen für Ali, einen für dich, einen für mich. Ja, muss ich auch gleich noch die Kohle geben. Ja, ich bekomme ja eh noch zehn Euro von dir, ne? Weil wir saßen am Abend noch bei Hokkaiden, Johannes hat noch ein bisschen geredet. Und Johannes, er liebt ja Spanien auch, er liebt ja... Ja, ja, der ist jetzt Spanier. Ja. Der ist jetzt Spanier. Und er war sich halt abends noch nicht so sicher, ob er wirklich zurückfliegt. Flugfahrt gebucht, er war eingecheckt, aber er war trotzdem nicht sicher, ob er vielleicht zurückfliegt oder doch bleibt. Und Marvin und ich saßen dann da und haben gesagt, komm, wir wetten. Du hast gesagt, er bleibt. Ich habe gesagt, er geht. Haben wir um einen Zehner gewettet. Ja. Habe ich einen Zehner verloren. Johannes, warum bist du nicht da geblieben? Ja. Auf jeden Fall haben wir dann da noch mit den Jungs zwei Köpfe geraucht. Wir haben noch Magis bestellt. Ich habe eigentlich versucht, möglichst nicht Fastfood zu essen und möglichst nicht zu bestellen, sondern immer essen zu gehen. Aber wir wussten halt, dass wir bald fliegen. Und wenn wir da essen gegangen wären, dann wäre alles knapp gewesen. Magis hat innerhalb von einer Viertelstunde geliefert. Haben wir halt einmal Magis gegessen. Ja. Ist, denke ich, akzeptabel. Bei fünf Tagen in Spanien einmal auf Fastfood zurückgreifen. Und situationsbedingt war das ja auch wirklich okay so. Das stimmt. Ja, dann sind wir zum Flughafen. Sind da unglaublich schnell durchgekommen. Dann hast du noch ein Reel geschnitten. Ich habe ein Video weitergearbeitet. Und dann sind wir heimgeflogen. Dann haben wir geschlafen. Und jetzt sitzen wir hier. Und das war unsere Spanienreise. Hatten wir am Flug noch Glück, weil eigentlich hätten wir wieder nebeneinander gesessen. Und dann, zum Glück, hat irgendwann die Crew gesagt, ja, Boarding completed. Und neben uns war noch ein Platz frei. Und der Alex instant auf den anderen Platz. Und man muss für den Videocast, damit man sich das vorstellen kann, wir haben praktisch... Er ist so gesessen. So, warte. Um das einmal zu demonstrieren. Und wir haben praktisch so gesessen. Den ganzen Flug. Und dann, das Lämpchen geht an und wir beide so... Und dann hatten wir genug Platz. Ja, bei mir war es trotzdem ein bisschen knapp mit den Knien und so nach vorne. Aber es ging. Ich habe da meistens mein Bein einfach so raus auf den Gang gehängt. Und dann war es in Ordnung. Und dann wurde es 50 Mal angerempelt. Mindestens. Schon als die ganzen Leute rein sind, das bin ich gewohnt. So ist halt Fliegen. Also noch ein paar Turbulenzen, wo du dann erstmal zurückgesprintet bist. Boah, ja, da waren noch die Mädels vom Shades Stand. Und also die ganzen Leute vom Shades Stand waren tatsächlich im selben Flieger wie wir, weil die auch nach Frankfurt sind. Dann bin ich irgendwann vor, habe die noch so gefragt, ey, wollt ihr noch einen Snooze? Ich habe fürs Fliegen immer Snooze dabei. Und dann wollten die auch einen Snooze. Und dann habe ich irgendwie noch mit den ganzen Leuten da gequatscht. Und auf einmal ging der Boden unter meinen Füßen halt weg. Und dann auch direkt, bitte anschneiden, bitte hinsetzen, bitte nicht in die Washrooms. Und da hat es auch, also das waren jetzt keine schrecklichen Turbulenzen, aber es waren trotzdem die stärksten Turbulenzen, die ich über die letzten vier Jahre Fliegen mitbekommen habe. Waren auf jeden Fall gut da. Ja, also hat schon ein bisschen gewackelt. Hat mich auch kurz aufgeweckt. Ja. Nee, aber ist ja alles gut gegangen. Wir sind wieder da. Und jetzt geht der Alltag wieder los. Nochmal ein großes Dankeschön ans Sponsoren von Ocean für diese Folge, falls ihr Interesse an so einer Pfeife habt. 99 Euro kostet ein Komplettset. Und mit dem Code ShishaCast kriegt ihr nochmal einen Glaseinsatz dazu. Als Ersatz, falls es kaputt geht. Oder einfach als andere farbliche Alternative, falls euch die besser gefällt. Sehr coole Pfeife. Ihr könnt auch gerne nochmal das Video auf YouTube angucken, wenn ihr da mehr Infos zu haben wollt. Oder wenn ihr Farbkombinationsmöglichkeiten sucht. Lasst euch vom Alex in den Insta-Reels inspirieren. Und ansonsten danken wir euch fürs Zuhören. Wir danken Ocean fürs Sponsoren. Wir hoffen, dass euch die ganzen Anekdoten, Geschichten und Erfahrungen aus Spanien gefallen haben. Wir ein bisschen Zeit verstreichen lassen konnten. Und dann bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und hasta la pasta. Hasta la pasta.